So. Direkt hier rein. Ins Game. So. Ich habe auf Stream Nebenquests gemacht. Also die irrelevanten. Und Nebenhandlung Lands. Besuche die genannten Ziele verloren und Übungsplatz. Okay. Die Nebenhandlung müsste man eigentlich auch noch machen. Da haben wir mittlerweile auch schon drei angesammelt. Die ist ja Main Story. Das ist eine Main Story Nebenhandlung. Wir gehen jetzt in die City. Also die Nebenhandlung würde ich auch gerne noch im Stream machen. Äh. Ach. Wo ist die City? Da ist die City. So. Dann gehen wir hier hin. Äh. Hier. Dann gehen wir da hin und machen die Nebenhandlung von Lance. Machen die Nebenhandlung von Tayon. Und dann gehen wir die Main Story machen. Damit wir dieses Spiel endlich durch haben. Ich wusste ja, dass es lange dauert. Aber es gibt immer so viel zu tun. Und zu spielen. Das heißt heute viel Filme gucken. Viel Filme gucken. Ah. 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 Das war's für heute. Hallo Sandra. Ich muss mal kurz gucken, wie das Soundverhältnis jetzt ist. Ich muss mal kurz gucken, wie das Soundverhältnis... Okay, das ist gut. In meinem OBS war der Gamesound nämlich sehr viel leiser eingestellt irgendwie. Ja, sicherlich. Warum auch immer. Obwohl im OBS muss ich den Sound nicht einstellen, weil da sind alle Regler eigentlich auf Maximum. Und ich mach ja alles über meinen Mischpult. Deswegen weiß ich nicht, warum der Gamesound in OBS runtergedreht war. So. Hey, Raidak. Wunderschön. Die Bewegung hab ich, glaub ich, noch nie gemacht. Oh lol. Fast in den Abgrund gesprungen hier. So, rushen wir die Lernsten-Nebenhandlung mal durch. Also, ich will die Neben... Die Sequenz nicht übers Springen, aber... Ein City-Torpedo-Rapp, eh? Das hat mich interessiert. Die Shop, die sie verhängt, sollte nur über den Bruch sein. Damit wir da schnell durchkommen. Hey, Yen! Was machst du hier zurück? How many times have I told you, no performing out here? Versteh ich auch in Real Life nicht, ne? In der Stadt sitzen ja voll oft so Musiker oder Künstler einfach so rum. Die stören keinen. Und machen ja auch oft coole Sachen so. Aber die dürfen das ja nicht. Solange die doch irgendwie coole Sachen machen... Und sich benehmen... Wertet das doch auch irgendwo die Stadt auf, oder? Ich glaube, mein Job ist nicht wirklich mit deinem, ich will sagen. Warum sind sie auf deinem Begriff? Street-Performance. Es ist nicht möglich, auf dieser Straße. Street-Performance? Das? Auf dieser Zimmer? Das ist woher du den besten Kreuzhäusch hast. Aber trotzdem lieben sie mich um. Wir sind in Krieg hier, warum nicht du kämpfst? Sie sagen. Du musst nicht kämpfst. Die Stadt ist nur für volunteers. Ah. Es gibt viele, die bereit sind. Warum ist das? Weil es dir die anderen einladen. Ja, es würde, würde es nicht? Ja. Du denkst. Du? Na? Na? Wer entscheidet was? Und wer macht die Regeln? Wie wissen wir, dass sie richtig sind? Hm. Ich meine, ich weiß wirklich nichts. Es ist nur... Ich denke... Ich mach bald einfach irgendeine Channel-Einlösung, die mich hätschelt und tätschelt und lieb zu mir ist, statt mich zu schlagen. Ich glaub, dann wird die nicht mehr benutzt, die Bonk. Bonk wird dann entfernt und dann lass ich mich nur noch hätscheln und tätscheln. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich muss mir eh mal neue überlegen. Ich muss mich echt mal einen Tag hinsetzen und neue machen. Aber das ist auch so eine Sache... Oh! Wenn du keine Ideen hast und dich hinsetzen willst zu etwas und überlegen willst, was du machen könntest, ist das echt anstrengend. Und dann bin ich auch schnell abgelenkt und mach dann anderen Stuff oder so. Die besten Ideen hat man auf dem Klo. Ja. Die Ideen, die ich auf dem Klo hab, sind aber immer die, die am meisten Geld kosten, irgendwie. So komisch das auch klingt, das ist wirklich so. Das ist die Idee, die wir... Die Ideen, die Schlechtel-Grochen sind. Ich hab die Geläte ab. Was ist das? Das Video ist, was ich? Die Schlechtel-Grochen. Das Video ist, wenn ich das nicht losgekehrt bin. Wenn du? Bei unseren Beiebensern, morgen, in der Nacht. Die Schlechtel-Grochen. Der Borde, der Bedeut in der Großartes Be- Die Schlechtel-Grochen-Grochen-Grochen. Ja, das ist nicht, was ich, wenn du sie untert. Jetzt bin ich verstört. Wieso? Wenn ich Ideen habe, wo ich zum Beispiel was, irgendwas umbauen müsste für, oder so, ich dafür aber Sachen kaufen müsste, die Geld kosten, sind das teure Ideen. Aber solche Ideen habe ich entweder auf dem Klo, oder im Bett, wenn ich einschlafen will. Warum auf dem Klo? Weil man da einen Moment der Ruhe genießt. Jetzt den Marker gesetzt, das wollte ich nicht. Äh, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Ne, das ist... Da. 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 So, bin ich hier durch? Nein. Muss ich dafür mit dem Schiff fahren? Wahrscheinlich. Von da oben einsteigen können. Lol. Dass A nicht Gas geben ist, ist so doof. Ah, da ist ja ne Wand. Weird. Ich sitze in dem Raum und dann explodiert mein Schädel mit teuren Ideen. So, die Wand könnte raus. Das könnte man dann, wird das ne neue Topfpflanze. Fühl ich. Voll sneaky. What the fuck? Dieses Meer war so nervig. Ja, das ist die schlimmste Map. Da stimme ich zu. Vor allem, weil in Xenoblade die Map ja erst komplett aufgedeckt ist, wenn du alle Orte einmal entdeckt hast. Und das ist in diesem Meer so anstrengend. Ich hab schon nach einer Map geguckt, die alle Punkte mal anzeigt, wo ich hin muss. Aber das ist so nervig. All we had to do was bash heads. No thinking, no nothing. What about the dying part? You weren't scared? Sure, I was scared. But, at least I knew what was expected of me. Wait a sec. You want to go back to that? Obviously not. Just saying how I feel. There's just too much snuff to consider nowadays. It's doing my nutting. I think you should try it sometime. This thinking thing might not be so bad. Stop making it sound like I don't. You just said it yourself. No thinking, no nothing. I was talking about before, you spoon. Sorry? Who are you calling a spoon? Oh, shut up. If you're gonna act like a spoon, of course I'm gonna call you one. Uh, it takes one to know one. What? Let's just chill out here, you guys. Okay, then why don't you tell me where we are now? What's this region? Come on, spill. Uh, it's, uh... See? You can't tell your ass from your elbow. Doesn't that make you the spoon? Just because I slept through that class? If I've been awake for it, then... Things were easier. Then stay awake, you spoon! Yeah. We had everything handed to us. Back then? That's not quite true in your case, though, is it? Dort hab ich auch den stärksten Gebietsboss gefunden. You had Lords. And deep ones are that. I can tell... When we play together... That you have as well. I hope... You find an answer. Absolutely. We'll find it. I'm sure. Was hier? Oh, Giga-Granat-Apfel liegen hier rum. Das ist sehr gut. Brauche ich nur noch sieben Stück von. So. Klingenschlucht. Klingenschlucht, weil die Schwertklinge hier durchgingen oder weil Klingen hier waren? Hey, Leute! Hm? Es ist ein Höhung. Ich meine, diese Chance, um ein Knochen mit euch zusammen zu machen. Was meinst du? Ihr seid meine Heroin. Ouroboros. Ich meine, ich immer wusste, dass ein Grunt wie ich nicht mehr measure up sein könnte. Although, wir alle immer noch so erinnern. Und jetzt bist du hier in der Fläche. Das sieht nicht real. Was so great about us? Weil wir einfach krasser sind als ihr. Wir müssen nicht mit euch trainieren. Oh, ja? Mios Badeoutfit kann man irgendwo noch als legit verkaufen, aber er hat ja nur noch eine Hose an. Wieso ist der Sound hier so dumpf? Und? Wow. Was ziehst du denn alles zum Baden an? Ja, die stehen hier neben Leuten mit fetter Rüstung. Ihr ears kann man ja irgendwo noch sagen, okay, das ist eine Animo-Rüstung, die haben ja eh nie was an. So, weil sie hat ja sogar über dem Bikini noch so ein weißes Ding an. Aber er ist ja komplett... Ja. 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 Hallo, ich will Granatäpfel haben. Ich hab den DLC-Pass nicht geholt. Ich hab den nur geholt, weil hier noch ein Hero dabei war. Eigentlich kann ich die jetzt auch... Ach, kann ich die wechseln? Ich weiß, ich hab vergessen wie das war mit dem Freispielen für die anderen Klassen, ob der Held dann dabei sein musste. Ja. 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 Ja, und... Ja, ich hab die was ist wenn ich jetzt einfach frontal reingehe aber dadurch blut ihr habt mich ihr habt mich geködert spiel ich gehe rechts rum ist okay die andere option ist auf einmal keine option mehr weil hier eine kiste steht ihr habt es geschafft mitten im lager mann ich darf da nicht lang aber da ist die kiste wir müssen leise sagen sie dürfen sich erwischen wir schreien durch die durch das ganze lager dass die wiegen leer sind ist das der kleine junge den lernt damals verprügelt hat ich glaube das ist ja eigentlich kennt ihr euch nur seitdem ihr kinder war ok deswegen erkennt ihr nicht na gut dann verprügeln wir die halt ich habe auch die attacken umgeändert ich habe jetzt auf ich habe jetzt schwanken und umwerfen auf einer kombo das heißt wenn ich diese kombo mache schwankt er in sind und wird auch in sind umgeworfen und dann gibt es auch also die komo ist jetzt eigentlich ganz geil jetzt hat umgeworfen ich bin auch direkt ohmacht machen das heißt die gegner sterben schneller und irgendeiner aus meinem team hat explosion ich weiß nicht wer aber irgendeiner macht hat die maschine gestorben die haben wir doch gar nicht angegriffen irgendeiner macht die immensen flächen schaden und ich bin es nicht aber soll man recht sein wauw gott i love this new flame clock the console was kind enough to give us it's a belter it's a different color yeah that is no ordinary flame clock back in my old colony if some moron slowed you down there was nothing you could do oh you could kill them sure you wouldn't get any life from it but around here that's all changed here life is the privilege of the strong the final survivor gets to take the whole snuffing cake also die bleiben jung wenn die schlechten sterben hmmm you can call yourself believe what you want but do moderate your expectations you're the same as ever job only ever thinking of yourself how are you gonna win against us like that what the snuff is this no one told us about these monsters you are not to hesitate gell meh 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 Meine Ouroboros auch. Ich kann nicht glauben meinen Glück. Ich denke, dass ich noch besser vorbereitet habe. Eine Frau? Du möchtest meine Kinder? Sie sind eine Speziale Anticity. Eine, die ich selbst selbst mit Liebe habe. Das ist eine Medusa. Ist das ein M? Ah ne, Noah, Mio, M gibt's schon. Was ist denn das? X, Y? Ich weiß es nicht mehr. Ne, X gab's auch schon. Ist das Y, oder? H. Okay, wie kommt man denn auf H? Ich weiß nicht, warum wir den Kampf unbedingt als in Synchro anfangen müssen, weil das ist ganz schön nervig, weil ich hätte gern Synchro 3 gehabt. Das war ne schöne Kombo. Alles einmal durch. Schufe 48. Ich bin ein bisschen OP für die, aber ich ziehe ja trotzdem kaum HP ab. Das sind so Schwämme. Weisige Jungfrau, ich geh mal zur Seite. Kein Bock. Seine nur auf der Seite. Nonio Wovor das denn nochmal? Overwatch. Reifer sagt Seifer. Okay. Dannossaow. Wow, wie der nicht schwankt. Verdammt, was hätte ich noch mal ein Special-Buch machen können. Blizzard-Strom, klingt nicht gut. Blizzard-Stream? Ist das mal ein Placement? Oh nein, ist ungeworfen. Sehr gut. Gott, hält halt wie viel aus. Ich bin 22 Level über der. Trotzdem fängt die alles weg. Da will ich gar nicht wissen, wie lange die dauern würde, wenn ich Level 48 wäre. Vielleicht sind die aber extra so, aber glaube ich nicht. Legende-Stritte Sollte ường cól Könnte viel sein. Ich will, äh, Ben. Scheiße, ich wollte nur eine Angriffskette machen. Ich weiß nicht, ob die ihn dadurch befreit. Vielleicht altert er jetzt instant, weil er diese Lebenskraft nicht mehr bekommt. Ich will, Garf! Ihr Klox ist weg. Just stand down. Peace. You don't have to fight anymore. Huh? No more stealing of lives. Nicht mehr von Konsolen zu verabschieden. Was? Was machst du denn? Get snuff! Du bist mit deinem Arsch! Du musst nicht kämpfen! Kampf ist alles, was wir wissen. Wenn wir das nicht haben, dann müssen wir die snuff machen. Sag mir, was machen wir jetzt? Chillin? Hey, ich brauche ein paar Hilfe. Huh? Ah, ja. Nah. Been through worse. Man, ihr Leute. Stunning. Ihr seid so... Far beyond uns. Ah, das ist nicht ein Problem. Wenn du ein von uns warst, dann wäre das auch gut. Ich denke, sie werden okay, diese Leute. Was macht ihr, Lamp? Na, ich denke, wir werden sie kurz verabschieden. Sag mir, was wir jetzt machen? Wie würde ich wissen? Was? Ja. 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 Ich habe das gehört. Auf der Seite. 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 Boliaris. Auf der Seite. 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 Mmh. Chocolatesauce? Wer hat denn das so übersetzt? Wer hat denn bei den Übersetzern da gepennt? Er hat doch einfach nur Schokoladensauce gesagt, oder nicht? Hey, das ist schon ziemlich heftig. Du musst wirklich essen einen anderen? Oh, hey. Whoa. Er ist ziemlich dick. Oder habe ich es zurückgezogen? Huh? Vielleicht. Es muss mit mir starten. Keine Belohnung. Ah, okay. Seine Klasse wurde erweitert. Ich wollte schon sagen. Zweiter Seelenbandsockel. Okay, sehr gut. Ich habe Marker gesetzt vorhin irgendwo. Okay, jetzt sind sie weg. Ähm. Mission. Äh, das ist eine Main Mission. Das müssen wir die noch machen. Dafür müssen wir die als Helden mitnehmen. Bisschen nervig, aber okay. So, wo ist das? Ich wünschte, das würde hier auf der Karte auch schon angezeigt werden, bevor ich hier reingehe. Das würde mir viele Maps ersparen. Was ist hier? Das ist ein Fragezeichen. Versteckt unter dem Lager. Abartig. Bam, bam. Bam hat gekocht mit Zinnobergine reingetan. Ich hasse Zinnobergine. Ja, er meint es doch nur gut. Ah, und deswegen... Okay, das ist ihre Quest, glaube ich. Weil deswegen müssen wir die mitnehmen. Oder das Fragezeichen ist nur da, weil die jetzt im Team waren. Ne, ist eine Nebenmission. Okay. Habe ich deine Steine? Ja. Aber auf der Map ist auch unsere Mission... ...anscheinend irgendwo. Warte mal. Ist das Magda-Wald unten? Ah, das kann sein. Ah, ne, da in der Kolonie. Oh, jetzt bin ich erinnert. Tarn, du hast das Wort von Izzard, richtig? Ich habe. Wollte ich auch gerade fragen. Ich habe. Die Person, die mir zurückgebracht hat, war Nimue. Die Person, die mir zurückgebracht hat, war die Zephronias. Da war ein Kastel da, aber bei einem Moment war es in einer großen Krieg, und da war es in Ruins. Es war da, dass ich einige Kasteln sah aus dem Zeitpunkt gesehen habe. Sie sahen, wie sie sie auf jeden Moment bräuchten. Aber trotzdem, einige machten Soldaten. Nimue, sie war nur einer von ihnen. Die Leute da waren, sie waren wie wir jetzt sind. Sie lebten frei von der Flamklox-Yoke. Herr, Sie sagten, sie waren wie wir. Also, vielleicht, ihre Kolonien wurde von Ouroboros verlassen in einem Moment in der Vergangenheit. Also, ich bin nicht sicher. Sie sahen, wie die Nimue und die anderen immer lebten von der Flamklox-Yoke leben. Also, sie haben sie striktlich verabschieden Kontakt mit anderen für Jahre. Sie sahen, wie sie sich in der Vergangenheit verabschieden. Sie sahen, die meisten Menschen da waren, haben mir die fräte Beine. Sie sahen, sie sahen, sie sahen. Sie sahen, sie sahen, sie sahen. Sie sahen, sie sahen, sie sahen. Sie sahen, sie sahen. Sie sahen, sie sahen. Ich finde es krass. Sie ist so die Einzige, die diese Steine aus dem Kopf, diese Kristalle aus dem Kopf wachsen hat. Und jetzt auch so eine Kristallhand, das ist die Einzige damit irgendwie. Wobei, wir haben ja auch die Einzige mit brennenden blauen Haaren im Team. Ich habe sonst noch nie einander mitgesehen. Sie sahen, sie sahen, sie sahen. Sie sahen, sie sahen, sie sahen. Sie sahen, sie sahen, sie sahen. Und nachdem, sie sahen, sie sahen. Ich hab noch nie, dass Sie so eine Verbindung haben. Das ist unglaublich. Aber warum Sie mir das jetzt zeigen? Na eigentlichen... Sie sahen, sie sahen, sie sahen. Sie sahen, sie sahen, sie sahen. Sie sahen, sie sahen, sie sahen. Wir haben nur noch gehört. Ein Nophan-Märchent war, dass wir uns auf. Und als Nophan ist die Nophan beschäftigt, die meisten Logistik und Transportein, die Information sollte gut sein sein. Also, die Brassen haben sie festgestellt. Sie sahen. Sie sahen. Sie sahen. Sie sahen. Sie sind nicht so kagy, Commander. Kagy? Sie können es mir sagen. Am ich falsch? Sie wollen uns die Kolonie保fungswerte halten? Aber... Sie sind das die Grund? Sie haben mir diese ganze Geschichte erzählt? Wenn Sie sich um die Kolonie behalten, dann haben Sie das Haus in der Linie der Feuer. Ich habe gehört. Wie, nachdem, nach dem Konsul zu verlassen und der Verlust des Flames, während Sie eine Reportage zu HQ haben, Sie haben nicht die Worten von Antworten bekommen. Wir haben uns alles gesagt, dass es alles passiert während wir uns nicht selbstbewusst haben. Das ist die Wahrheit nicht verabschiedet. Aber noch nichts. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich gehe es über die anderen, Commander. Wieso, bitte? Ja, natürlich gehen wir da hin. Es ist etwas, das ich mit allen zu diskutieren möchte. Können wir einen Moment deiner Zeit haben? So, und jetzt haben wir noch mehr Nebenquests oder Infos. Okay. Wer denn gerade arbeitet? Oh Gott, das wird ein Nebenquest. Das wird ein Nebenquest. Das wird ein Nebenquest. Erstmal was essen. Richtig. Erhöhte EP. Zack. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gegessen habe. Ob ich das Rezept dafür schon kann. Ah, kannte ich schon. Okay. Nebenquest darf ich doch. Mal Technik. Das ist eine EP. Die kann ich noch nicht. Wieso darf ich denn nicht da unten mit... Dann rede ich halt hier über Isurts bitte. Und nicht in der anderen Kantine. Aber das ist ein Ergebnis. Das ist ein Ergebnis. Das ist ein Ergebnis. Wie schön. Das ist ein Ergebnis. Ich bin froh, dass sie irgendwo blöden. Ich bin froh. Aber ich habe auch die Blumen und die Blumen. Manana, auch! Manana hat eine Wolle zu sehen. Das ist nicht so proaktiv für dich, Manana. Warum so? Frau und Blumen sind wie P's von St. Pod. Ich habe keine Ahnung, was Manana spricht. Aber jemand hat die Manana aus der Probleme. Ist das okay? Mit Freund Tion? Klar. Danke. Ah komm, ich rede noch mit ihm. Vielleicht ist das nur eine Quest, wo man ihm Zeug geben muss. Dann ist das schnell gemacht. Oder auch nicht. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, dass du in diesem. Ich bin froh. Wir alle sagen, dass das etwas, was wir tun müssen. Es ist ein langes Mal, seit wir erst einmal getroffen sind. Wir sind mit dem jetzt. Und, du weißt, wir wollen die Sophronios sehen. Es war ich. Ich bin der Mann, der Leben in den Chaos hat. Ich sollte sie einfach dort gehalten. Kommander. Kion. Herr? Wenn. Wenn. Nimue ist wieder geblieben. Wenn sie in dieser Kolonie ist, dann bleibt sie sicher, mit allen Dingen. Diese Zeit, ich will sie folgen den Weg, sie war zu schrauben. Ja, Herr. Ich versuche. Ich bin froh. Warum nicht der Kommander einfach kommt? Er hat keine Wahl, oder? Er könnte die Aufmerksamkeit bekommen. Oh. Ich glaube so. Das ist nicht alles, glaube ich. Was? Ich bin sicher, dass du Angst hast. Wenn du sie wieder treffen möchtest, er könnte sich in der gleiche Richtung. Ist das ein schlechtes Mal? Nein, ich glaube nicht. Aber ich verstehe. Und wie er fühlt. Ja. Ich versuche definitiv. Es ist nicht nur über ihn selbst. Wenn ich nicht so interessiert habe, der Kommander nicht muss sich so fühlen. Du bist immer noch so denken, oder? Nein, nein. Ich bin... Ich bin... Du bist nur... Du bist nur... Was? Mal schauen, die Zeit zurück, hat niemand geholfen. Schau. Ich... Ich weiß. Right? Komm, dann. Uni. Hä? Okay. Sorry. Ich weiß, du bist richtig. Kontakt. So. Wo ist denn diese Kolonie? Das finde ich schon wieder interessant, dass es eine Kolonie gibt, wo wir noch nie waren. Scheint nicht auf dieser Map. In Cadenzia. Ja. Ach. Im Wasser? Mann. Oh. Die Bucht des Einsiedlers. Okay. Die war lockt. Also ich war da schon, aber ich konnte da nicht hin. Okay. Die Nebenquest hat die gelockt. Auf einmal sind die Steine weg. Hier lag alles voller Steine. Alles voll. Nur damit ich da nicht zu früh reingehe. Okay. Oh, weil die das gerade wegbauen und da rein wollen. I see. Hm. Okay. Wird sogar erklärt. Okay. Okay. Können wir dem Konsul nicht einfach auf den Kopf hauen? Warum geht der Konsul nicht da lang, wo wir jetzt lang gehen? Ich speichere mal, falls das jetzt ein optionaler Weg ist, den ich einschlage. Wahrscheinlich wird man nicht sagen, wir können hier nicht lang. Ja. Okay. Ich hatte kurze Hoffnung. Wir können hier nicht lang. Das ist Fledermausland. Oh, ne. Wir können hier nicht bleiben. Das ist Fledermausland. So wurde. Guck mal, wie doof die sind. Oh. Ja, wie hübsch seid ihr denn? Hä? Ihr seid voll pretty. Hä? Die Schlange ist auch voll hübsch. Warum haben die alle hier so coole Farben? Ja, krampisch sind sie zu. Ja. Ja, krampisch sind sie. Ja. Ich kann nicht mehr den auf. Ich kann sie nicht weg. Ich kann sie nicht weg. Schuhe. Ich kann sie nicht weg. Du hast nicht entschuldigt. Ja, Blindst du sie nicht. Aber ich kann sie nicht weg. Chanchol dich. Ich kann sie nicht weg. Wow, danke. Das ist echt固isch. Warum greifen die mich an, obwohl ich 20 nervöser dem bin? Es hört nicht auf, hallo, können die Gegner mal aufhören, what the fuck, kein Wunder, dass da ne Leiche liegt, danke, alles nur für eine Leiche hier, hallo, lass mich doch mal in Ruhe, klettern regelt alles, Oh Gott, hoffentlich greifen die Vögel mich nicht auch noch an, dann ist aber skriptet, dass mich hier alles angreift und nervt, Fuck, da ist ne Kiste, hab ich nicht gesehen, Okay, wenn die Vögel beginnt, werden wir nicht genug Zeit haben, wir müssen etwas tun, bevor wir das machen, ein Kampf! Ich glaube, da ist Nimue, so ein klein. Das sieht zumindest so aus. Ja, da ist er. Ja, lass mal erst mal den kleinen hier machen. Die gehen schneller kaputt. So, und den nächsten. Ach, wenn man die Gegner umwerfen kann, geht alles so viel schneller. Ja. 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 Schöne. Ja. 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 Schön, wie im Hintergrund eigentlich noch ein größerer Erlebnis kommt. Bitte habt nicht so ein hohes Level, ihr Kackviecher. Ihr seid nervig. Bitte nicht. Ich bin einfach auf Auto-Attack gestellt, sobald sie hochkommen. Ich hasse das. Ich will doch nur schnell durch diese Höhle. Ja, der greift nämlich nie an. War wieder klar. Ich möchte nur kämpfen, wenn hier sich ein Elite versteckt. Also so ein Gold-Elite. Den würde ich mitnehmen. Weil die lohnen sich. Die haben nämlich immer einen schönen Teleport dahin. Und von denen kann man sicher Fähigkeiten schnorren. Für den einen Helden. Für den Konsulhelden, den wir haben. Derjenige Sie können nicht mehr schüben oder schwimmen. Sie können ja noch nicht die Höhle erscheinen. Sie können nicht mehr schüchtern, den wir sind. Sie können nicht mehr schüchtern, die sind. Was ist mein Name? Um, du hast... Right! Your dog tag! Dog tag? W-What? Taion! Ich habe... Ich habe gesagt, dass ich eine große Intuition habe. Ich habe ein Name für mich? Das ist gar nicht eine Herausforderung. Wow! Ist das wahr? Ja, du wirst! Oh! Oh, das ist mein Name! Just stop and tell her! Great idea, Nat! By the way, Nimue, you're the reincarnation of my old boss! Ja, es wird, glaube ich, das wäre, glaube ich, zu kompliziert. Oh, das stimmt! Uni. Wir hatten viel länger, um sich an all diese Dinge zu verwenden. Remember? Uh... Hey! Was ist lustig, Liebe? Nichts. Du bist sehr Uni, aber ich mag das über dich. Oi, was soll das sein? Uni ist, wie Uni macht. Außerdem... Hm? Ich glaube, es ist nicht nur die Rebirten. Er fühlt sich das gleiche als Izzard. Taion ist. Poor Junge. Du bist ein Blatt. Huh? Ich habe das gleiche. Oh, das... Das ist wahr. Du bist derjenige, der mir erzählt hat. Ich habe das? Oh, nein. Oh, nein. Ich habe jemanden mit dir über dich. Ja. Genau. Was ist falsch? Du bist aus? Du bist aus, nicht? Ja. Wie ist es da? Das ist das, was da? Das Ort ist alles, was wir wissen. Wir können nicht weggehen. Es ist verabschiedet, duhst du. Oh. Honestly, es ist nicht so großartig. A world of endless war. People taking each other's lives away. Yes. It's a pitiful place. Still. Even so, I want to go. I need to see it. A world wide open. You'd have to fight, too. Dennis, danke für 67 Monate Tier 3. Dankeschön. Danke, danke, danke. Danke. In zwei Monaten haben einige von euch 69. Ich hoffe, ihr feiert diesen Moment. Boah, ich weiß gar nicht. Haben schon welche 69? Ich glaube, Dennis... Obwohl, Dennis hat einen First Badge. Doch, dann müsste Dennis auch mit einer der Ersten sein, die die 69 erreichen. Oh, da ist ein Goldgegner. Ein ziemlich großer. Galopp Goldtarn. Nee, nee, also in zwei Monaten müssten dann... Das sind dann auch die Ersten, die 69 haben. Muss dann leider Angst haben. Damit für immer die 69 da steht, ne? Verstehe ich. Verstehe ich leider. Dann müsst ihr euch einen neuen Account machen. Und das haben. Kann ich... Kann ich... Bei 69... Subs... Kann man da gezielt ein Icon nur für 69 einstellen? Das wäre geil. Dann würde ich den Nice-Typen da einfügen. Einfach nur das Gesicht von dem, statt dem Shuriken. Einfach dieser Nice-Typ. Der... Nice. Sag. Einfach den einfach nur da einfügen. Nur für die 69. Ich zieh. dipping Cambian. Ja. viel zum Glück. Ja. Einfach Madeleine. Und jetzt rein. Ich kriege die 90. Ich kriege die 90. Und du... Und du dich in die 90. üss. Und du musst dir um separaten. Gleiche nur die 30 die 80- textone. auch für mich zu stoppen überhaupt nicht nervig wenn ich meine angriffe nicht machen kann ich glaube ich glaube Was ist da gestorben? Warum hat der Sachen gedroppt? Eigentlich verstanden. Da ist da irgendein kleiner Drop-Mob mit reingekommen in den Kamm. Kamm, Kamm, Kamm! Kamm, Kamm! Kamm, Kamm! Komm, dann kriegst du Kopfnussgewitter. Bei Auswahl erhalten, geht nur für das aktuelle Kommando. Ja, komm. Haben wir Umwehre finden? Da. Oh. Knapp. Äh. Ich hab viel zu viele Healer dabei. Aber geht's denn auf 74, Mann? Äh. Wer macht denn von euch Explosionen? Ich glaub, das macht dann irgendeiner der Helden. Die machen das gar nicht. Das ist dann irgendeiner der Helden, die Explosionen dabei haben. Ba, 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 ba. Natürlich werden die reaktiviert. Wow. Bam, 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 bam. Bis zum nächsten Mal. Wie geht es? Oh, fast 200. Schön. So, schönen EP da rausholen aus so nem Gegner. Haben irgendwelche Charaktere ihre Klasse grad fertig? Äh, ja, er sowieso, sie auch, sie auch. Oh, sie hat, die haben ihre dritte Stufe, okay, ja, ja. Okay, warte mal, dann kann ich ihr vielleicht statt nem Heiler. Ah, welche Klasse hat sie, die andere nicht haben? Die, ne? Ja, die müssten wir auch noch ein bisschen freispielen. Also, die müssten wir vielleicht noch ein bisschen benutzen gerade mal, damit die anderen die auch benutzen können. Oh, hoops. Bäumchen. Bäumchen. In einer dunklen Höhle, möchte ich anmerken. Bei mir gehen Pflanzen schon kaputt, wenn ich sie nur in die Wohnung schleppe. Okay, was heißt dunkel? Oben ist ne Öffnung, aber trotzdem, guck mal, wo die überwachsen. Ja, aber guck mal, die Bäume kriegen nicht viel Licht von der da, guck mal, der hängt ja wohl voll unter diesem Stein. Warum ist denn das? Achso, ich soll dir folgen. Ja, warte, Nimue. Bei Nimue muss ich immer drängen an. An Nimue. An Nimue. So wie die leuchten, sind die ihre eigenen Lichtquellen? Möglich. Aber ey, wenn die Bäume so leuchten, das sind RGB-Bäume. Die hätte ich gerne auch in meiner Wohnung. Wie geil wäre so ein Baum, der so leuchtet in deiner Wohnung. Guck mal. Also so eine Pflanze, muss ja kein ganzer Baum sein, aber so ein Baum fängt ja auch als Pflanze an. Kannst du gegen das Fake-Grünzeug austauschen. Ey, aber Fake-Grünzeug. Klar, sind echte Pflanzen cooler, aber das Fake-Grünzeug sieht mittlerweile so gut aus, was man sich im Internet bestellen kann. Wenn du nicht wirklich auf zwei Zentimeter dran gehst, siehst du nicht, dass das Fake ist. Und das spart dir echt viel Arbeit. Zeit. Deswegen äh, Fake-Grünzeug. Sollte ja auch nicht. Also doch, aber. Ja. 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 Ich will auch so geile Bäume haben. Was ist ein Köln? weil sie der Flame-Clock nichts hinzufügen, ne? Das will so ein Konsul nicht. Is Nimue different from before? No, she hasn't changed. Same old Nimue. Well, maybe it's the same with me then. Wait, hang on. Do you reckon the past me was more like her? In what way? Elegant, graceful, refined. No way. You'll be the same no matter how many times you're reborn. Oh, no, sorry. I didn't... What I wanted to say was... I don't suppose we could change. But you know, some things are different sometimes. Huh. Because this time around, we're all reborn. We're all reborn. Things will be different. We're with you, Tyon. Uni? I didn't expect encouragement from you. Well, you do make a good cuppa. Huh. Hmm. 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 Okay, wir kriegen Harmonie-Einträge. Die Kolonie wird sowas von überleben. Äh, äh. Okay. Ach. An der Leiter vorbeispringen. Ich weiß nicht, was da drin ist. Bernt jetzt schon in wenigen Monaten. Oh, da gibt noch eine dritte hier irgendwo. Ah, da. Komm ich dran ohne... Nein, komm ich nicht. At this rate, it's going to be up to us. Can we manage? There's plenty of them. No people, though. Maybe we can just let Rip out here, then. I mean, I guess so, but... If we don't, this place is done for. Only one choice left to us. Right. What's that? Haben die doch eine Flame-Clash? Boah, Tee aus den Blüten von diesen Bäumen. Ob der Tee dann auch so leuchtet? Ob dann auch... der Urin leuchtet? So, haben wir genug EP für ein neues Level. Oh, ja. Die könnte... Tufel 73? Okay. Hält einfach höher gelevelt als die Main-Truppe. If time to going, then time to going. Das sind die schlauen Sprüche, die könnten von mir kommen. Das war mal die Flame-Clock. Aber die geht noch. Oh, man. Und es funktioniert sogar. Es ist nur ein Flicker, aber trotzdem. Ist es diese Kolonien's Lebensversorg? Nein, ich glaube nicht. Es ist ancient, also muss es ein Malfunction oder so sein. Remember, die Leute hier sind nicht Teil des Flames-Clockes. Du hast einen guten Punkt. Ich habe es. All of this. Es ist das Ding's fault. Huh? Was ist? Es war wirklich beruflich. Dieser Ort hat sich immer sichergestellt. Warum ist Mobius gerade jetzt nicht so wichtig? Das ist warum. Für was, diese Decrepit-Faronis zurückgekehrt. Oh, das ist wie sie herausfinden. Indeed. Oh nein! Nachdem die ganze Zeit, es ist ein Glück für die Leute hier. Tayan? Riku, du kennst dich viel über Varonis? Wunderschön? Verhalten die Kolonien 9 Varonis ist eine der viele Arbeit von Riku. Oh, ja, richtig. Das ist sicher, du wirst du wirst. Das ist perfekt. Dann kannst du dir das? Was für? Wenn es noch passiert, dass wir arbeiten, dann könnten wir dieses Ort einfach schützen. Nein, keine Chance. Also was, wenn wir es arbeiten? Diese Sache sind Kampfdiener fertig. Es muss nicht Kampfdiener sein. Wir spielen ein kleines Trick. Ehh, Trick? Wollen die den woanders hinfliegen lassen? Wie ist es? Freund war es richtig. Faronis kann immer noch move. Der Weg funktioniert nicht, aber Riku denkt, dass es geht. Kannst du es reparieren? Wenn wir verschiedene Parten finden? Wie lange braucht es? Freund sagt Riku zu schnell? Na gut, Mechanismus von Riku's Talons kann das in 30 Minuten machen. Kannst du unsere Hände auf diese Parten? Es gibt viele Faronis und Levenis Wrecks. Das muss man etwas Riku kann nutzen. Wie lange sollen die hochtechnologischen Maschinen brauchen, um das bisschen Erde da wegzubekommen? Als ob wir so viel Zeit hätten. Ich habe alles. Oder? Wieso? Okay, Würfelsplitter fehlen. RIP. RIP. Okay. Dann. Gut, dass ich diesen Gegner besiegt habe. Äh ne, das ist gar kein Gegner. Das ist ein Quick-Tourpoint. Okay. Gut, dass ich an diesem Quick-Tourpoint vorbeigelaufen bin. So. Ach, die schweben da einfach so rum. Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite dieser Erhöhung. Also dieses Erdhaufen ist da. Also dieses Erdhaufen ist da. Den Wollbugs. Weil die cuter sind als die Schlangen. Außerdem will ich die Münzen haben. Danke dafür. Danke dafür, Noah. So, rakier mich jetzt an hier. Jetzt hab auch jeder Liff nur einen Würfel später rausdroppt, ne? Komplette Frechheit. So, wait a minute, jetzt haben wir aber hier noch. Mir ist langweilig. Dann spiel was. Hab nichts zum Spielen. Glaub ich nicht. Ich glaub, das ist so ein... So viel Sand und keine Förmchen. Oh, was sagt ihr? Das kann sein. Ja, ich hab nix zum Anziehen-Moment. Ja, den hab ich aber wirklich oft. Aber meistens so, wenn ich nicht gewaschen hab. Äh... Ich überlege, wie viele Spiele ich noch spielen müsste in meinem Leben. Ich kann die gar nicht nachholen, alles. Ich wette, das ist bei ihr auch so. Aber sie weiß es nur noch nicht. Weil sie noch so picky ist. Sie sagt alle doof. Sie hat's ihn wahrscheinlich nicht ausprobiert. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Nein, ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Wir, ähm... Tion, ich will auch zufrieden. Alles kostet Geld. Du bist mit uns folgt dein eigen Weg, und das ist echt. Das ist wie der Welt wirklich ist. Nimue. Bitte. Okay. Ich werde dich zu sehen, während wir kämpfen. Aber unter einer Kondition. Das ist? Wenn wir hier erst gekommen sind, war es wie eine Erwachsenung. Es gibt noch schöne Plätze wie dieser Welt. Wir müssen diesen Ort sicher halten. Das ist das, was wir kämpfen haben. Als Sie sehen, wie wir tun Dinge tun, sprichst mir, dass Sie diese Ort schützen. Das Kampf belongs zu Ihnen. Meine eigene Kampf? Ja. Du hast ein Problem, Tayon. Ich werde alle von dir sehen. Wie du kämpfst. Ich werde es... ... in hier. Riku done. Time to light fire. Well, hier aus. Es funktioniert. Warte, was da? Warte. Wie du dichst? Wie du dich in die Welt. Warte. Hey, hey, was it meant to float away? Yes, it was. Huh? Riku, did you input the coordinates? Of course. Riku fed Foranus' numbers just as directed. What's going on? We've made ourselves a lure. A lure? Now I get it. That thing's gonna lure in the Mobius and beat it up. They know about this place because of that thing's flame clock. As such, Mobius are probably watching out for that Foranus. So we'll make the Mobius think that the Foranus sense their approach, and then it's going to attack? Honestly, I would give it about 50-50. Let's hope this particular Mobius is a complete fool. Anyone remember P? And then, we can all swoop in and rinse this mudder. Gotta love a nice and simple plan. What happens after we beat them? Won't they end up coming back? As long as the Foranus is there? I haven't forgotten about that. I've got a little something in mind. Thank you, Tion. Between us, we'll make it work for sure. And keep the Sophronia safe. Okay. Okay. Wie weit ist das weg? 800 Meter. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert hier. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Hat aber gut repariert. Hat aber gut repariert. Soll ich wirklich von hinten angreifen oder kann ich jetzt hier auch... Nee, ich kann nicht runterspringen. Okay. Ich muss den langen Weg gehen. Gleich hier hoch. Perfekt. Ich speicher. Einfach nur zur Sicherheit. Einfach nur zur Sicherheit. Vielleicht ist das so ein overkrasser... Overfucker. Weiß man nicht. Bist du mit. Ja, das ist es. Hier ist es. Es ist ein Wack. Was für ein Buch stabert er wohl? Er hat so einen Königs- Schachfiguren-Kopf. Das ist ein Touren. Können ich ihn sein. Ich will fill this body with the air-cores of your dying screams! ich weiß halt aber auch nicht mehr welche buchstaben wir alle weg gemacht ok hopp schwamm Ja, mach die Explosion. Sind das die beiden in ihrer Verwandlung? Muss ja. Bei Rico und Banana könnte es nicht sein, weil die waren vorher nicht im Team und da hatte ich die auch schon, die Explosion. Ja, mach die Explosion. Ja, mach die Explosion. Oh, Juni geht drauf. What the fuck? Er tanzt, okay, er tanzt einfach. Okay, Juni und Taiwan müssen das machen mit Explosion. Okay. Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Nein! Stopp! Stopp! Nichts, Gott! Was ist das? Achseh! Let me kill you! K�l's! Ich bin hier! Stopp! 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 Ich überlege gerade ob ich die Angriffskette einfach mache um ihn schnell down zu kriegen oder ob ich die aufbewahre für EP. Ich weiß nicht. Ah, komm. Wo Taion? Wo Mio? Oh, die haben De-Buff drauf. Oh, hab ich nicht gesehen. Die sind grad locked. Und das geht nicht weg während der Kette, richtig? Ätzend. Oh, es ist doch weggegangen. Kommen die nächste Kette dann dazu? Das wär sehr nett. Nein, kommen sie nicht. Okay, gut. Stimmt nicht. Das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Dass die dann echt nicht dazukommen, ist frech. Weil der Debuff ist ja weg. Ja, komm, kriegst du sie noch down. Bitte, 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 bitte kick den down. Das wär schön. Jawohl, gerade so. My lord's dead. My apologies. What's he saying sorry for, creep? Okay, now we go. Understanding. What did you... Guys, take cover! Wie lang geht das Game noch? Zu lange. Also for real, das geht noch sehr lange, glaube ich. If I was a Mobius, I'd at least try to check the situation before going all in. Seriously, what a total dingus. Anyway, we got the best possible outcome. Amazing. Tion, I saw everything. The way you fought. Do you spend every day battling like this? Gladly, yes. Huh? We need the people of your colony to protect this place. It's true. There are times when our fight takes a toll on us. But we carry on that fight. Because we have a mission. A mission? The foe we fought today. Mobius, who made this world the way it is. We have to take it back from them. We have to make a new world. One without fighting. Where you won't have to hide away in fear. Tion. But, sometimes we do need rest. To forget fighting for a time. This place could be our refuge. I understand. Then we will protect this land. So that whenever you grow tired of your fight. You can return here to rest. Thank you. Wieso sind die alle so dreckig im Gesicht? Das hatte ich doch sonst nie in den Cutscenes. Wird Zeit, dass ich wirklich mal die Waschfunktion in der Kantine benutze? Oder im Lager? Our mission. Huh? If we manage to win, there's someone I want you to meet. Someday. Nice. So. Okay. Kolonie von wie? Sehr gut. Ich hoffe, hier gibt es keine Ahnung. Ich werde so viele Orte hier schon entdeckt und trotzdem wird die Map noch nicht aufgedeckt. Das ist so anstrengend. Stop. Mission. Welche Helden kann ich wieder wechseln. So. So. Jetzt haben wir einen Haufen Nebenquests, die wir zum Glück nicht im Stream machen. So. Die Nebenhandlung Mio gehört hier zu. Zum Main Mission. Und dann gehen wir jetzt auch hin. Hallo? Halscher Knopf. Halscher Map. So. Wir wollen nach Aethia. Aethia. Obere Ebene. Hier haben wir auch aufgehört letztes Mal mit der Story. Das heißt, wir gehen hier weiter. Okay. Let's make the most of our break, guys. Clean your body, clean your mind, I guess. Haben wir irgendwas zum Besprechen? Hm. Habe ich genug EP für irgendein Level? Jawohl. So. Dann. Äh, wie viel haben wir denn? 275. Da sollte doch was drin sein. So. Guten Rückwurf. Schnäppchenjäger Raffinierter Schlag Ja, komm 190 könnte zu wenig sein Die letzten kosten nämlich echt viel Oh, perfekt So, 160 wird zu wenig sein Ja Also ich könnte das hier machen, aber das ist alles Okay 50 wird auch zu wenig sein Ah, das geht Dann geht das auch Okay Dann 65 ist wieder Zu wenig Okay Die ist immer noch nicht bei jedem freigeschaltet Mann Sie hat den Dass da kein dritter Schlag kommt, wird man den inneren Monk auf ewig triggern? Warum muss da ein dritter kommen? Warum? Ja, aber wenn drei kommen Würde es sich doch triggern, dass kein vierter kommt, oder? Vielleicht ändere ich das irgendwann und packe da einen anderen Charakter hin Als DDD Vielleicht packe ich da einen Streetfighter Charakter hin oder so Honda Damit ihr überfordert seid, wenn das getriggert wird Weil dann viel zu viele Schläge kommen Ich habe meine Kekse aus Langeweile aufgegessen Achso, okay Das vertrübeln wir euch halt, ne? Wir hätten auch erst mal reden können Aber hier sind Agnus und kywesische Einheiten gleichzeitig In einer Kolonie? Was ist die Syrophe? Was ist die Syrophe? Was ist die Syrophe? Take protection! You might want to surrender, or we grind you into dust! You want some more? Wait a sec. They're a mixed unit. But that's just not possible. Possible or not, it's what we've got to deal with right now. We'll just have to adapt. Ungewöhnlich. Sie können sich feststellen. Huh? Wenn es wie Neo gesagt hat, dann haben sie einen Experiment aus Omega gemacht. Diese Soldaten sind sicherlich eines der Ergebnisse. Kevis und Agnes. Welches Experiment könnte die beiden? Ich weiß nicht. Aber ich weiß, dass die Antwort vorliegen ist. Oh Gott, muss ich jetzt gegen zig Einheiten kämpfen? Kann ich einfach dran vorbeigehen? Ist denen da nicht kalt? In ihrer Badekleidung, meinst du? Nee, die stellen sich einfach vor, ist Sommer. Und abgeärtet, ja. Abgeärtet wie ihre Nippel. Härter geht's nicht. Der Fall ist schwer. Ja, durch den Weg frisch. Ja, durch die Blocken. Geht's nicht los. Ich bin spannend, da muss ich nicht loswerden. Der Fall ist die Fall. Ich bin unbedingt loswerden. Ich bin jetzt zu scheiße. Ich bin es noch geiler. Ich bin es in der Fall ist, vorher. Ja, ich bin es im Kraft. Der Fall ist wohl zu. Geht's nicht loswerden, dein Start ist. Ich bin dann mit der Fall ist. In der Fall ist es repeatedly zu dürfen. Und du kannst dich um in die Knappe. Wieso halten die so viel aus und die anderen nicht? Wieso halten die so viel aus und die anderen nicht? So am I. Let's use it to the map! Quick! Steal! You might be beat, homeboy! Quick! Finally, it's true! I want to surrender before we grind you into dust! Mohamba? Hacked! They've been reborn? No, if that was the case, wouldn't they be way younger? Mohamba looks like he did this term! Mohamba! It's me! Lanz! You know me! Stop it! Mohamba! Oh, scheiße! Oh, dann sind die auch zurück! Oh, oh! And now Kamaravi! What's going on? This melody! Why? What the... So that's why! hot! MEAVI! It's me! Senna, your friend! We came to save you. Oh, I can'tıyoruz for him anymore! Wie Kamu-Ravi? Kamu-Ravi ist ja hier. Für 10 Jahre, bevor sie zurück zu ihrer Majestät. Wie ein Stück von Arbeit. Diese Jungen, sie leben für den sole purpose der Krieg. Sie sind einfach wie Sie sind. Sie sind voll davon. Unsere Erinnerungen und Gefühle, sie definieren uns. Sie dictieren, wer wir sind. Wenn Sie das alles wegnehmen... Es ist ein Phantasm. Grundsätzlich, die Erinnerungen und Gefühle sind, aber die Erinnerungen und die Nachfrage sind. Die Erinnerungen? Entschuldigen Sie das! Oh, sie sind ein Schiff. Sie sind einfach zu schiefen, um sich zu gewinnen, von etwas, was von ihnen ist. Warum machst du das? Was ist dein Ziel? 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 Aber später nochmal wieder wahrscheinlich. Und die allen Rage-Phase Tatsächlich. Hey. Können wir Miyabi mal kaputt machen? Die macht hier irgendwelche Buffs-Kram, glaube ich. Zumindest sagt die Dinge, die mir nicht gefallen. Okay. 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 Was ist das? 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 Miyabi, ich werde mit dir mit dir. Miyo! 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 Wie kann das sein? Was ist das? 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 Ein großer HP-Schwamm. Was ist das? 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 Trotzdem lässt er sich umwerfen, Lull. Ich hätte gedacht, wenigstens das würde er sich nicht mit sich machen lassen. Explosionen schleudert die immer so krass durch. Am Ende zu werden? Ich habe ein Wunder getan, aber ich bin sehr gut. Sie sind fertig. Ich habe keinen Wunder. Ich habe keinen Wunder. Hallo, du Sexy. Warum hat mich niemand vor Schichtarbeit gewarnt? Habe ich, glaube ich, in meinen Stream schon mehrmals, oder? Danke, Dani, für dein Resub. Danke für 19 Monate auf Stufe 3. Dankeschön. 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 Gott, was ein Schwamm, ey. Ich meine, er ist auch groß wie einer, ne? Also, er sieht wenigstens so aus, wenn sowas reintankt. Oh, wow. Unangenehm. Befreien die sich auch mal? Oder er nicht so? Du weißt, du hast was falsch gemacht, wenn dein Wochenende nur 24 Stunden lang ist. Kommt drauf, die Schichtarbeit an, ne? Also, es gibt ja Schichtarbeit, da hast du drei Tage, da hast du ja drei Tage Wochenende. Mann, jetzt fliegt er wieder auf tausend Kilometer. Boah. Muss bei Nachtschicht sonntags immer um 22 Uhr anfangen. Das ist eine Ripp-Nachtschicht, ja. Hatte ich damals bei Opel nicht. Ich musste bei Opel montags anfangen. Musste dafür aber auch bis Samstags morgens arbeiten. Du musst wahrscheinlich nur dann bis Freitags morgens arbeiten, oder nicht? Dann hast du doch trotzdem genau das gleiche Wochenende. Auch bis Samstag rein. Dann ritt. Aber dafür wirst du ja irgendeinen Ausgleich bekommen. Also, das wird ja irgendwie ausgeglichen. Und wenn's über Geld ist. Nachtschicht alleine gibt's ja schon mehr Geld. Von daher... Ich hab' damals Nachtschicht auch nur gemacht, weil's 400 Euro mehr gab. Was als Jugendlicher, frisch aus der Ausbildung kommender Mensch nicht gesund ist, wenn du auf einmal mit über 2.000 Euro Lohn nach Hause gehst. Das ist nicht gesund. Wenn man so jung ist, kannst du nicht mit Geld umgehen. Ich bin mit dir. Was brauche ich, um alles zu zahlen? Okay, ich hatte den Vorteil, als ich das hatte, lebte ich noch bei meinen Eltern. Von daher, ja. Obwohl, auch nicht... Nee, stimmt gar nicht so ganz. Nicht ganz die ganze Zeit. Ich lebte nicht die ganze Zeit bei meinen Eltern, als das passiert ist. Nur die Hälfte davon. Boah, 85. Das ist nicht der Ende. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. zweite ausbildung habe ich auch gemacht ist nicht doof den ersten beruf werde ich wahrscheinlich in meinem leben nie wieder ausführen aber es ist nicht doof dass ich es gemacht habe kommt halt darauf an was die zweite ausbildung sein soll wenn das ein beruf ist der sich nicht lohnt kunststoffe und kautschuk kunststoffe werden doch immer leben oder i mean ohne kunststoffe ist alles wird Und in so doing, illuminate the world therewith. I shall be watching, eagerly. He got away. Miabi, Miabi, I've been listening all along. The melody you've been playing. Every day. Since then. Yeah. Miabi, thanks to you. I sent on so many. So many voices to so many others. And I'm not done yet. I'll keep going. It was a gorgeous melody. Yours. And... Noah. Nice to meet you, I guess. Though I already feel like I know you. Noah, huh? Yours was very beautiful. Just like Mio's. I owe it to this. No, you... You hold on to that. Oh, I'm sorry. I'll wash it. It'll be as good as new. Dummy. That's not what she was trying to say at all. Wait. Why am I... Right? From me to Mio. And from her to you. The feeling is passed on. Until you can make your voice truly heard. Please, keep it with you. Yeah? I will. If that's how you feel, I'll be more than happy to keep using it. Take care then. Mio? Huh? You've become the greatest officer I've ever seen. Oh, there's still room to grow. But at least I found my stride. Since I'm not alone. Could I... Come with you? Yeah. Können wir auch Kamoravi mitnehmen? Ah, es könnte eine zweite Heldenmission werden mit Kamoravi. Schließlich können wir Kamoravi und die anderen nicht einfach hier zurücklassen. Davon auch gelten sie als tot. Ja, ein alter... Gehen so ein alter... Hey, sind wir da? Wir hätten da eine Bitte. Nehmt bitte diese toten Menschen auf. So. Nein, die in der City sind cool. Die sind chillig. Da passiert nix. Macht dir nix. Und die C-4-Klasse wurde erweitert. Sehr gut. Willst du unbeichtig mit deiner Technik die Explosion ausfüßt? Wieso kriege ich das denn jetzt? Okay. Ach, da ist der City-Gleiter schon. Was? Punkt Omega-Gleiter. Äh, Lager. Da unten. Oh, haben wir Mjabi jetzt richtig dabei? Das... Will ich das? Äh, haben wir... Will ich das? Eigentlich nicht. Eigentlich soll die Klasse von ihr noch überall freigeschaltet werden. Aber... Warte mal. Äh... War sie der Klassenerbe von Taumaturk? Das weiß ich nicht. Sonst würde ich dir den geben. Ach, alles ritt mit den Klassen. Das für alle freizuschalten dauert zu lange. Vor allem, wenn man überlevelt ist, ist das RIP. Kamorabi-Chill. Okay. I thought... I thought we injured him. You can stop resisting now. Victory is already decided. Surrender quietly. Enough. You will find. I don't do as my foes bid me. The enemies you seek. Huh? Ich passe im Lörk. Mimi? Es ist okay. Es ist Kameravi. Er würde nicht gegen einen defensiven Gegensatz. Was macht dich so sicher? Ich glaube nicht, dass es mit dem Wachstum ist, mit dem Wachstum du folgst. Du hast ein wenig Gutes. Du musst etwas von mir sagen. Ich werde dich herausfinden. Ich beginne von dem Ende. Wir wollen dich in die Stadt mit uns kommen. Die Stadt? Welche Kolonien ist das? Ist es eine Kolonien? Wie zu erklären? Es ist ein spezielles Ort, sicherer als wo wir heute sind. Natürlich. Natürlich. Wir wollen dich nicht gegen deine Wille, oder für dich in etwas. Und was hat das mit mir? Was hast du von diesem? Wir wollen dich... ... leben richtig mit dir selbst. Ganz richtig? Entschuldigung. Niemand hat uns gezeigt, dass es möglich ist, wie wir es wollen. Wir wollen es weitergehen. Und dass du frei bist. frei bist. Nein. Bist du gut? Es ist nichts. Es ist nur ein kleines Wachstum. Kann es sein... ... Miyabi der Flüchtlinge? Nein. Das ist innere. Ich kann es nicht verstehen, aber es ist gut. Stimmt. Die haben ja was mit seinem Auge gemacht. Ja. Die Frage ist immer... Sie werden es auch wissen, bevor... Ich wünsche mir den Weg, den ich versuche, um meinen Weg zu finden, um meinen Weg zu finden. Für heute, wir sind mit Kampanien, um zu diesem Ort, die Sie nennen, die Stadt. Danke. Vorher, Kameravi. In welchem Sinne? I thought you might be startled, so I wanted to give you a head's up. You'll understand when you see it. We'll let you know, once we're ready to go. Understood. I await eagerly. Aha. Heldenmission. Okay. Er wird auch ein Held. Okay. That's nice. Dann haben wir Ethel. Theoretisch Ethel, die ja leider... Die muss wiederkommen. Good to add more names. Ist hier drin was? Keine Reaktion. Aber hier kommt bestimmt noch was. Aber nice, dass wir den jetzt auch als Helden kriegen. Dann muss ich das auch noch machen. Aber ja, die Heldenmission und Nebenhandlung wollte ich ja eben streamen. Und dann muss ich das auch noch machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das sind so Cutscenes, wo ich mir denke, warum muss diese Sequenz so lang sein, wie dieses Schiff landet? Ja, sieht cool aus und so, aber die ist zu lang. The reed that bends, but does not break. Das war's für heute. Jury just wants to focus on the here and now. What are you smirking at? Oh, just... You're a genuine good egg, Uni. Huh? Where did that come from? Hey there. Hey, Travis. Man, am I glad to see you guys. Something terrible's happened. You won't believe it. Oh, but no word of it to the boss lady, yeah? My salary's on the line here. That's a corker of a preamble, mate. You're gonna actually tell us what's going on? Somebody opened one of the cradles. You think it was an intruder? Ethel. Nice, that's right, so kommt sie auch zurück. Oh, why is all this happening on my watch? Oh, never mind. If such is the situation... I shall assist as well. Where shall we look? What? Um, we were just surprised that you were so, uh... I am also recently of a cradle born. It may be some kind of fate at work. This soldier named Ethel. She may also find herself at a loss. So he didn't actually remember. And also you, good sir. Huh? Me? You must be frightfully exhausted. Do not push yourself. Hey, watch it, fella. I know I'm no spring chicken, but there's no need to rub it in. Sorry, mate. He's just been born. I'm pretty sure he didn't mean anything bad by it. Anyway, moving along. Movement in and out of the city is strictly integrated. So there will be an entrance to the floor from far. To say, der ist frisch geboren. They'll be somewhere inside. Auch geil. Yeah, you're right. Let's first search for clues in the module warehouse. Good luck to you, Whipper. In the meantime, we'll take custody of the friends you contacted us about. They're called Mwamba and Hacked. What's gonna happen to them? Not quite back to themselves yet, right? We'll give them a checkup, make sure. And after that, well, keep them under observation, I suppose. Either way, you can leave them with us. We'll leave them in your able hands then. Yeah, yeah, sure thing. They'll be safe as I was it. I'll be in the war room. Keep me abreast of any... Jetzt haben wir Kamoravi als Helden. Cool. Kamoravi, dann schalten wir Ethel wieder frei. Wild. Well, it really is empty. It's definitely Ethel's module. But why would anyone want her? If we want to know that, we just got to catch them. And what do you know? They left us a clue. Nice of them. This fuck went all over the place. They're not Ethel's, are they? But then who's? We only have to follow them to find out. They can't have gone too far. Let's get going. Oh nein, jetzt muss ich wieder früh spune. Na, eine Stunde folgen. I think that's probably the least of their issues. Warum laufen die so Schlangenlinien? Sind die betrunken? Dieser Nopon. Wieso klaut ein Nopon? Welcher Nopon klaut denn jetzt? Will sich da ein Nopon wieder irgendein sexy Cyborg bauen oder was? Schwierig. Hallo? Ich heiße? Aber ja, das sind kleine Fußspuren. Das ist kein Mensch auf jeden Fall. Das ist ein 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 Mensch auf jeden Fall. Was kann Kübibi jetzt tun? Um, excuse me? Me, me? Kübibi, sorry. Sorry, so sorry. We haven't even said anything yet. Kübibi, no, without saying. Friends come looking for naughty boy Kübibi. Kübibi never meant to do any harm. Kübibi just... Just want to enjoy game of ultimate hide and seek. Hide and seek. What is that? It's ultimate pastime of daringly go and hide. We're not allowed to go. Daringly? Defying a prohibition? Me? Kübibi, please asking to not make scary face. So why did you open the cradle, then? When get on panel, it opened by self. And when it opened, girl, wake up. Kübibi, really, truly sorry. We get it now, so wipe your tears. Look, you're getting your tummy wet. And what happened afterwards? Did you go somewhere with the Awoken Soldier? Kübibi gets scared and flees from scene of hide. But can tell Morley or Leslie where she go. Kübibi think it direction of Centrillo Parade. I am the morning mist in a pine grove. I am Mithrace, growing across seasons. Me? Friend, okay? Don't mind him. He's just, uh, trying to maintain his core. I updated Travis on the situation. He says he's coming to collect Kübibi. Is Kübibi in serious trouble? I don't expect him to be too severe, but you will need to do some repenting. Me, me, me. Let's leave Kübibi in Travis's hands and go track down Ethel. She looks quite distinctive. Someone on Centrillo Parade should have noticed her. You are right. Yes, let us go. Ah, so. Darunter. Hm, überlebe ich das? Let's try it. Yep. Hä, warum laufen hier so viele rum? Ah, I'm still a little unsteady. Take it easy. I'll look out for the, uh, risky spots. Ethel! I barely caught you in time. You're not hurt. I think I know you. What's wrong with you? Nothing. I just can't see. Anyway. Kamaravi. You're smoldering Kamaravi. Ethel, you recognize him? I have to go somewhere. I have to. But why? Take it easy. Let's take our time, yeah? We'll help you, look. No problem. Hm. Wird, dass manche sich erinnern, manche nicht? The tricky part. What can we do, except for foster her in the city? A first term, there won't be any use in a fight. Do you find that acceptable? Well, I don't know. I have a proposal. Would you leave her with me for a while? Wait, you're saying you want to look after Ethel? Just until she settles on her own path. I want her to have that freedom. And I don't know why, but I feel it strongly. For now, let's see what Travis thinks. As the city's concerned, too, we shouldn't decide alone. Travis, I fear we will wear him out again. It's not fatigue that that guy struggles with. You know what? Forget it. Maybe just don't say that to him, yeah? He's kind of touchy about it. I understand. I will mind my ways around him. Good to add more names. Well, this certainly took an unexpected turn. We can't allow the last to founder. So, okay, up to Travis. Allow me to take charge. I see some relations have changed. Ah, well, I guess I mostly understand. Are you sure you can handle child rearing? Child rearing? What is that? In a nutshell, I'm asking if you're capable of taking responsibility for the proper upbringing of this little prince. I'm not princess. My name is Ethel. See, precious. If you would consent to it, I will serve for the good of the city. I'm sure I have my blind spots, but I always complete the duties assigned to me. I'll help, too. But you cannot fight. I can be your eyes, though. I can see that which you cannot. No? By the flames. Spirited, isn't she? Oh, yeah. Too spirited, I'd say. Look, let me bend your ear a little. You don't think it's going to work? It's not really my position to think, anything. Right. Well, I'll try talking to Monica, then. Oh, okay. Fine, fine, fine. I get it. Let's do this. I'll take care of Ethel, and instead, we'll have Kameravi help out on the combat side. That'll be perfect, don't you think? You're that scared of Monica? Oh, I'm scared, all right. But I'm not just trying to cover it up from sheer terror, okay? It's just, that woman takes on way more than she should. I bet she doesn't know how to take it easy. So, I figured, you know, I'd lighten her load by doing this much, Ellie. Your warrior's way is unimpeachable, sir. I will never forget your kindness. Be sure. The debt will be repaid. Oh, yeah? Well, make it hundredfold that... Don't get greedy, Trav. Oh! We're doing nicknames now! How about we start with Lieutenant Travis and go from there and... I am deeply indebted to you all as well. Don't sweat it. No, this is truly a grave debt. Taion, you said I should live true to myself. I haven't discovered exactly what that means yet, but now I understand what you meant at least. And I'm grateful to you for setting me on the right path. You were the source of the spark that set my flame alight. Thank you. Um... Taion, he's talking to you. I know. I just... Never in my life thought I would be on the receiving end of this kind of speech. The future. Really? It is a foreign country. Huh. I suppose it is. I'm sure in time you and Ethel will find it. The right path. The right code to live by. Yes. Until such time, I, Kamuravi, remain ready to do battle for the city. And for you as well. Nice. Kamuravi haben wir schon mal wieder. Ethel muss jetzt leider irgendwie erstmal 10... 10 Jahre wachsen. Kann ja eigentlich nur passend in Game, wenn wir irgendwann einen Timejump haben. Vielleicht kriegen wir noch einen Zeitsprung. Wer weiß. I see some relations have changed. Äh... So, City haben wir nichts mehr. Jetzt gehe ich erstmal ins Missionsmenü. So, jetzt haben wir alle Nebenhandlungen fertig. Das ist schon mal gut. Dann können wir jetzt wieder Main Mission gehen. Captocorn-Gipfel. Geh weiter zur Wolkenfeste. Okay. Wieder falscher Button. Äthiya. Obere Ebene. So. Äh. Ja, das hier sieht nach dem Weg aus, den wir gehen müssen. Das heißt, ich muss hier hin. Okay. Das für Kamuravi nochmal kriegen, hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Obwohl es eigentlich obvious war. Aber nachdem die da gestorben sind, die beiden, dachte ich, ja, Ripp. Die kriegen wir nicht mal Zellen. So. Boah, da kann man bestimmt drauf. Das wird ein Geheimpunkt sein. Feindliche Einheiten? Ja, da gehen wir einfach dran vorbei. Ah, ich muss Kamuravi noch auswechseln. Wer war der Erbe? Das steht hier nicht dabei, ne? Verdammt. Da bin ich aufgepasst. Aber kann ich ja jetzt gucken. Tayon, oder? Tayon war der Erbe. Okay. So, aber wir möchten erst sie freischalten für alle. Passiert wieder was? Bin falsch gelaufen, glaube ich. Aber hier passiert was. Komm, nehmen wir direkt mit das Ereignis. Vielleicht noch ein Heldenereignis. Man weiß es ja nicht. Ach, die. Die hat mich in einer Nebenquest, äh, da haben die mich immer verfolgt. Aber anscheinend kommen die jetzt in anderen Nebenquests nochmal. Das Phantom Cat zurück, ja. Also es ist einfach nochmal eine Nebenquest, okay. Das sind leider auch kleine HP-Schwämme. Also es ist Market such. Also es ist nicht Master дух, wenn es das EA ist, oder? Wann kann ich eigentlich Lucky 7 einsetzen? Ich glaube, da muss ich das Tutorial nochmal angucken. Seitdem ich Lucky 7 einmal benutzt habe, habe ich es nie wieder benutzt. Gibt es das nur an gewissen Punkten? Muss ich dafür was ausrüsten? Eine Klasse? Muss ich dafür nur aus Klasse ausrüsten? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich muss ich nur aus Klasse dafür ausrüsten. Das würde auch Sinn ergeben. Ich glaube, das ist ein Ich fahre, ich fahre. Ah! Mimi! Incoming! A tactical retreat? oder ist wer drin das könnte sich noch zu einer heldenmission entwickeln ich hoffe ich muss die quest jetzt nicht machen muss ich das jetzt machen es ist eine heldenmission die namenlose ich wollte progress machen ich wollte progress machen man jetzt finde ich hier alle heldenmission was ist das da unten das ist zum klettern ich laufe hier gerade falsch aber ich will hier einmal runter kann mich hier wieder hochborten ich wollte nicht fallen es fühlte sich schon so an als ob das zu tief wäre und ich glaube ein zentimeter weiter fallen und es wäre zu tief gewesen kriege ich hier ein rast punkt teleport punkt bitte irgendwas wenn ich will die nirgendwo ist wenn ich mich hier hin porten kann fuck da liegt ein item wo bin ich hier was ist das das sieht nach einem epischen gegner komm ich hier wieder hoch wenn ich hier runter springen das ist ein langer lauf weg okay warte folgendes ich klettere jetzt erst wieder hoch hol das item und geht dann runter ich glaube das ist das smarteste was ich machen kann ich hätte doch von da springen können kann ich seitlich abspringen von den dingen ich glaube nicht man kann sich nur so fallen lassen kacke aber wenn ich mich hoch genug fallen das so falle ich da drauf tricky okay gerade so so ich weiß immer noch nicht wofür die sind aber die glitzern hardcore auf der map also nehme ich sie mit zack das da hinten sieht aus nach einem geheimen punkt oder so und der fette vogel der da fliegt wird irgendein epischer gegner sein ich weiß nicht ob ich den jetzt machen möchte der könnte auch vom level her viel zu hoch sein der ist auf jeden fall nebel und ein abwurf okay das hier könnte auch ein ekel ekel gegner sein fröstelsee okay auf jeden fall ein travel point da war ein haufen an toten soldaten jep da hinten ist eine kiste ist der flattermann dann epischer gegner ich nicht anvisiert auf jeden fall was ist das hier für ein gebiet warum ist das hier zum glück bin ich schon so high level sonst würde mir das hier hart auf den sack gehen was bist du okay level 100 ist hier ungefähr 30 level zu hoch aber gut dass du hier bist und ist noch eine kiste glaube ich der erste gegner den ich sehe mit level 100 der greift mich aber nicht so an oder du fliegst jetzt bitte einmal hilfe werde nicht verpiss dich danke okay okay hier geh ich später nochmal hin das ist nochmal ein fucking riesiges gebiet und tröstelrinne lager ich bin auf der falschen map wenn ich nach unten gegangen bin bin ich natürlich nicht mehr obere ebene ähm die gaba kreuz und da möchte ich hin ist das oben oder unten bitte sei oben das ist oben ne ja was will man eigentlich mitnehmen was will man eigentlich mitnehmen wer heilt what the fuck die nachts wird es hier anscheinend alles gelb aus der explosion in sind ins schwanken und er stand wieder das sah irgendwie cool aus wenn wir die mit explosion von der map stoßen zählt das hat kurze sound gelegt von der switch habe ich jetzt ja das kraft für ether nehmen wir nämlich jetzt alles mit ich habe die zwar schon full also ich habe für ihre ionifikation schon alles voll auf 1 das müssen wir halt erst freischalten mit der mission aber das wird ja auch sachen kosten hier deswegen schön schon mal sammeln und sobald ich die mission habe um die aufzuwerten können wir direkt das ganze ether da reinpumpen da stehen einheiten wir haben die zum main mission irgendwie schon aber ich gehe einfach dran vorbei so um you've got m's memories uni why are we whispering roll with it i do yeah why though so tell me stuff tell you what stuff stuff about the queen and mobius anything you got but like what exactly like how the two are connected any secrets or where they are oh boy no giving out exclusives lance we want to know this stuff too right well i suppose but still yeah i trust mimi if it was important i'm sure she'd tell us everything and since she's not saying there's a reason right vor allem sind das nicht viel zu viele infos die sie gerade noch verarbeiten muss wenn sie einfach so die erinnerungen von einem bekommen hat ich glaube das sind selber sachen die sie selber noch nicht so realisiert hat die sie jetzt weiß oder und wenn du so erinnerungen hast sind die ja nicht immer so im vordergrund in deinem kopf sondern das hirn ruft die ja erst ab wenn man gezielt darüber nachdenkt oder danach gefragt wird oder danach gefragt wird oder dann oder 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 Das sieht zu grausam aus, wenn man die umwirft, ne? Die Ziegen. Wenn die sich hinlegen, das sieht echt grausam aus. Recallers! Oh, der sieht special aus. Bist du ein epischer Gegner? Bist du? Holzhörniger Citinos. Na gut. Das wird auch grausam aussehen, wenn wir den umwerfen. Oh, ein Eis sehen die auch cool aus. Die roten sahen cool aus und ein Eis sehen die auch cool aus. Was? Das war's. aber nicht geschwankt scheiße dort sind alle so hp schwemme in dem game der fasst als ob das spiel will dass ich lucky 7 und sowas benutzen ach er schwankt einfach nicht er schwankt nicht haus aha ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie viel AP willst du haben, ja? Ah, kam zu spät, schade, sonst hätten wir noch eine Ohnmacht durchgekriegt. Das sieht immer so cool aus. Das sieht immer so cool aus. Ah, mach mal eine Angriffskede. Okay. So. Jetzt kriegt der so viel. Okay. 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 Klingt nicht alle so viel. Keine Spanken. Okay. 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 Einfach schon Insel 96 So ein bisschen den EP-Bonus noch boosten hier Sehr gut Oh Gott, die Ausrüstung muss ich mal durchgehen Denn wir haben so viel neues Zeug bekommen Sie hat gar nichts an Warum? Also Ausrüstung meine ich jetzt Klasse So Hast du denn jetzt Nee, nicht jeder hat die Freikirche Korlas ist gerade da Korlas Musste um die Helden Um die Klasse bei anderen freizuschalten Der Held dabei sein Oder muss der Klassenerbe die haben Wie war das? Also falls du noch da bist Ein Typ in der Party muss die Klasse Es ist egal wer Den Helden dabei haben Boostet das nicht Boostet auch Okay Boah dauert das dann lange Aber ja Ich kämpfe halt gegen schwächere Gegner Das liegt halt daran Dass ich gegen schwächere Gegner kämpfe Ja Oops Oops Is this real? That's the cloud key Whoa Fantastic bit of tech Amazing how they kept it hidden Ja Ja Innerhalb der Story wird das schwer Also kann ich denen ja eigentlich die Klassen geben Die ich will Und nicht drauf achten Dass ich die anderen freischalte Aber ich hab das Gefühl Langsam steigt es trotzdem Auch wenn ich gegen schwächere kämpfe Also ich hab das Gefühl Es steigt trotzdem Aber sehr langsam Okay Okay Gehen wir Noah seine mal Sie kann ihre haben Sie kann ihre auch weiter leveln Er Kann Seine Noch nicht leveln Glaube ich Oder Doch kann er Eigentlich der seine auch mal wieder Konntest du deine auch Ja konntest du Hast du die auch wieder Du konntest deine noch nicht leveln Haben wir eine Die du leveln könntest in der Zeit Ja die Okay Noah konnte seine noch nicht leveln Warte mal Konnte Noah seine Ne Noah kann seine auch nicht Weil Noahs haben wir ja noch nicht Egal Trotzdem Ich meine glaube ich Ist trotzdem gut Wenn er die hat Wir speichern einmal So Natürlich darf ich Das darf in keinem 10-0-Bett fehlen Ne Eine ewig lange Nicht aufhörende Treppe Das ist eine fucking lange Treppe Schaumschleuse Also der Architekt Der sich diese Wege ausgedacht hat Gehört gehauen Hmm Get a load of this place Do you think the queen's really here? If you fall off You're on your own Do you think we'll be able to meet the real queen soon? I'm feeling kind of tense What's the matter, Tyon? Not getting all nervous, are you? We're here Yes Hallo Königin Aufstehen Hast du mich gerufen Nicht schlecht Welche queen ist es? Es ist Nia Es ist so weird Dass wir jetzt einen Char aus 10-0-2 Hier haben Und tot Tja, war schön Mit einem 10-0-2 Charakter Hier im Spiel Ja, da haben sie natürlich nur drauf gewartet Ich hab die Augenklappe nicht auf Das ist Das ist noch ein halb Mobius Du hast wirklich gedacht, dass wir sie verlieren, hast du? Oder hast du, dass du all das bist, weil du sie schiefst? Well, thanks to you, I got to end that aggravating old bat Fulfilling Zett's orders in the process Looks like we got played Yoren, are you seriously, seriously what? Teaming up with this creep You killed her Wasn't that clear? You know I am Mobius I was reborn and on that day Jay surpassed you all That day Right Then tell me Why did you do it? Trade your life for mine You could have ignored me, got away, safe Well, gee, I have no idea Hmm Let's see, there might be something in one of my memories Maybe if I die instead of him, I'll please him Perhaps that's what I was thinking One of your memories Since I couldn't do anything else right, you know Must be nice to be you, Lance Just being yourself Nice to be me You couldn't fathom how hard it is to be useless You'd never understand Unless you'd seen yourself in that light Oh, here's a thought How about you try interlinking with me for a lark I bet you'll cry at the state of me Fun fact, you know When you become Mobius, you're treated to all the memories of your past lives I got to see all the different knees Although they all pretty much met the same sad end Dead weight will always be that I am nothing but myself Those were all just coincidences We know different That's right We thought Now I knew for sure that you were awesome Whatever Bet you were well and truly fed up with me Although, back on that day, I still managed to surpass you I can still be here Feel this rush And now, I'm having the time of my life Ai, ai, ai Und jetzt kriegt er wieder auf den Sack Es endet wieder gleich, Gurren Gurren kommst deinem Schicksal nicht Ah, jetzt hab ich natürlich die Angriffe nicht mehr Und das, äh Jetzt hab ich schwanken doppelt Das ist natürlich dumm Doch irgendein anderer wirft den jetzt um Perfekt Oh, die machen ganz schön Aua Ja, ich hab auch nur zwei Heiler gerade Vielleicht sollte ich mir noch einen Heldenheiler dazu holen Ich hab mich hier wie ein Overwatch Ich hab keinen hier Ich hab mich hier Ich hab mich hier Danke Danke auch scheiße dass ich jetzt an laki dass ich jetzt hier scheiße bekomme löbius puppe? kam die von juren? na egal ist jetzt auf jeden fall weg ok oder kam die von ihm? die sah aus wie er wieso konnte ich denn jetzt den rückangriff so aufmachen? ja schon wieder ja schon wieder Das war's für heute. Hör auf, wir zu schleudern! Aber irgendwie glaube ich, die beiden sind jetzt nicht tot. Ich glaube, da kommt noch ne Fusion von den beiden oder so. Man wird doch Pilot! Das war's für heute. Und was ist so wrong mit dem? Ich wollte meine Wände, du wunderschön! Ich glaube, das war's für heute. 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 Ich hab meinen ersten Kriege bekommen, sag ich doch. Kein Fehler gemacht. Aber ich sage dir was, sie sind komplett wahr. Und so ist das, was? Was, wenn sie waren? Der Vergangen ist der Vergangenheit, und der Vergangenheit ist jetzt! Ich war nicht fertig. Dramen, duhst du? Das sind kleine Träße von intensiven Erinnerungen von deinen Vergangenen Leben, die nicht geholfen wurden bevor der Rebirth. Little harmloser Bugs in der System, wie wir sie sagen. Aber... nicht so mit Mobius. Just wie der Runt sagte, als du als Mobius geworden bist, in dem Moment, alle deine Vergangenheit kommen zurück zu dir. Kann man denn auch Danke dafür sagen? Mach einfach Content und stream das, dann freuen wir sich. Dafür geben sie ja die Keys. Klingt nach einem kleinen Indie-Studio, das den Key gegeben hat. Dann freuen wir sie. Wow, was ein Assi. Killt er die jetzt auch alle? Wow, er hatte einfach nur Spaß am töten. Das ist ein Arsch. To put it mildly, it's... It's transcendent. ... ... ... ... Er sammelt die Köpfe von seinen Leichen? Was ist er denn für ein Serienkiller? Was ist er denn für ein Serienkiller? ... bei mir... Moon Jae-Bee? Das macht nicht gar nicht die Schwarze, So lange als ich Mobius bin, kann ich dieses Superlative fühlen für immer und immer. Ich werde den Welt in meinen lieben Collectibles gegründet werden. Ich denke, ich werde es hohen. Hörst du es! Erstens, wir müssen die Oren aus dem Schiff. Ja, Juni, was Lance sagte. Das Punk braucht ein Wuppen. All right. Okay, will do. We'll thrash this shitbag, save Uren, and get me some payback. If you fancy your chances, take your shot. I'll be more than happy to rip your bloody pelts off. And add them to my collection. Boah, der hat andere Musik. Die ist doch anders, oder? Klingt viel epischer. Ah, ne. Die kennen wir schon, die Musik. Aber der Anfang war doch... War der Anfang nicht anders? Klang so anders. Der Anfang war safe anders. Klang viel epischer. Nice. Nice. Wow. I need you, Mio. Let's turn up the pressure. Let's turn up the pressure. Need no problem. Small with that takes, bro. To your range. Going in. Or down. Infinity core. Now, does it hurt? Was sagen, die Attacke, die er da macht, sieht gefährlich aus. Sie hört doch gut weh. Ich muss kurz bei den Heilern stehen. Auch wenn ich nicht gerne vor ihm stehe, muss ich gestehen. Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Ich brauche dich, Mio! Bis Lucky Seven voll ist, dauert auch eine halbe Ewigkeit, ey. Ich bin ein Wettbewerb. 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 Oder kombinieren, auch okay. Oh, ich hab gleich Lucky Seven voll. Dauert nur noch eine halbe Stunde. Hey, hey, hey. Wo willst du hin? Stell dich mal nicht so hin, dass ich dich nicht von hinten angreifen kann. Oh, ich hab dich nicht so hin, ich hab dich nicht so hin. Okay. Oh, ich hab dich nicht so hin. Oh, ich hab dich nicht so hin. Komm in da, ich hab dich nicht. Komm her, ich hab dich nicht. Oh, du musst nicht in die Richtung. Ich hab dich nicht. Hahaha. Es ist der Da. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht. immer noch cool. Muss die Musik jetzt erst enden? Hallo? Danke. Gott. Und auf Deutsch hieß er Dirk, die schwarze Flamme und auf Englisch Duck? Warum haben sie das denn übersetzt? Schwarze Schlange. Und sie zu seiner Schwarzung. So das ist mit dem wir uns beschäftigen. Ist das ihr's? Jay, was du versuchen zu holen? Ich kann's crush diese Fools, wenn du deine Kraft zurückhältstimmst. Gib mir das, du kein guter, deadweight loser. Deadweight loser? Wer ist denn, kiddo? So gib es auf. Go on, gib! Das Outfit hatte ich da nicht an. Ich war nackt. Ich war nackt. Was ist passiert? All right! Das ist was ich zu sprechen! Mit so viel Kraft, diese Jungs sind... Das ist genug jetzt! Ich habe mehr als genug Jungs, um zu... Hey! Hörst du dich? Jane! Kurz Pause machen! Grenz, danke! Grenz, danke für deinen Raid! Danke schön! Danke, danke, danke! Die war DVD. Wir sind gerade mitten in einer Cutscene, deswegen musste ich jetzt kurz das Home-Menü. Danke schön! Ich versuche gerade Story in Xenoblade Chronicles 3 zu pushen, weil viele Spiele rauskommen, die ich spielen will. Zum Beispiel Bayonetta und im November kommt God of War. Das sind viele Games und ich muss die alten Games jetzt erstmal alle durchziehen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Wie war der Nebel? Killer war anstrengend. Ach, Killer waren anstrengend. Ja, gut. Ist gerade wieder ein Event in DVD, ne? Ja, zu Events sind die Menschen immer anstrengend. Das ist bei Hand, bei DVD. Alles immer Ätzen. Danke, Grenz, für deinen Raid. Ich hoffe, du kannst jetzt noch einen schönen, entspannen Abend machen. Äh, wie gesagt, wir sind gerade in einer Cutscene. Und freies Wochenende in DVD ist auch noch. Und doppelte Punkte. Das ist ja, der komplette, der komplette Müll ist voll. Der komplette, das ist ja alles voll. Nur bekloppte, ja. Also, Event, freies Wochenende und Doppelpunkte zieht ja komplett den Müll an. Das ist ja komplett RIP. Ja, ich hoffe dennoch, der Stream war irgendwie angenehm. Und, äh, guten Hunger, Grenz. Guten Hunger. Shoutout wurde Grenz gegeben. Guck mal, jetzt wird schon mein Custom-Shoutout nicht mehr benutzt. Jetzt wird hier der Twitch-Shoutout benutzt. Vielleicht kann ich das kombinieren mit dem Stream. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Shoutout-Twitch-Shoutout-Command so umbauen kann, dass der dann bei mir im Stream trotzdem angezeigt wird. Ich glaube, das wäre cool. Ich glaube, das geht sogar. Muss ich mal gucken. Vor allem der ist so unspektakulär, ne? Da steht, Shoutout wurde Grenz gegeben. Da steht aber auch nicht hier, klicke jetzt hier, um Grenz irgendwie zu schauen oder so, sondern nur sein Name ist hervorgehoben als Link. Ja, da hätt's Twitch auch schöner machen können. Müssen wir mal sagen, wie's ist. Oder? Seh nur ich das so. Ich mein, cool, dass Twitch allgemein diese Funktion rausgebracht hat, aber... Hätten's auch schöner machen können. Für Leute, die noch nicht folgen, gibt's oben im Chat eine Nachricht. Das ist cool. Aber das ist ja... Das ist schon mau. Aber ja, was erwarte ich von Twitch, ne? Nehmen coole Funktionen weg und machen dann... coole neue Funktionen, die cooler sein könnten. Paar Schnörkel hätten nicht wehgetan, ist so. Jetzt guck mal, mein Shoutout für Grenz. Guck mal, wenn ich das mit dem Twitch-Shoutout verknüpfen kann, hier. Da ploppt sein Name auf. Link wird gepostet. Ein Clip wird abgespielt. Twitch! Ich bin ein Streamer, der nicht mal programmieren kann. Und ich hab sowas. Warum kann Twitch nicht sowas? Naja, auf jeden Fall, vielen Dank für deinen Raid. Leute, wir spielen jetzt Xenoblade Chronicles 3. Ist, wie manche Menschen sagen würden, ein Weep-Game. Äh, wir sind mitten in einer emotionalen Cutscene. Wie eigentlich jede Cutscene in diesem Game. Äh... Ja, ist wahrscheinlich nicht für jeden was. Wer würde denn sowas sagen? Weiß ich nicht. Weep. W-E-B. W-E-E-B, nödom. Nicht Weed. Weep. Weep. Schau rinswurst. Ich war schon auf dem Weg zum Nachbarn. Kannst du trotzdem... Vielleicht... enjoyst du den Content dann mehr. Ich wusste es. Joren ist das. Stop es! Joren! Wenn du nicht stopt, wirst du sterben! Ich kann... Move! K... Cut es aus! Jay! Kannst du mich jetzt? Move deine Arse! Mach das, was ich sage! Ich werde nicht. Ich habe entschieden. Es ist meine Wahl. Ich werde anders sein. Ich werde anders sein. Joren! Das ist jemand, ich bin. Ist das? Ich werde... Uni. Lanz. Jay! Stop! Wenn ich hier sterbe, ich werde... nicht! Nein! Nein! Es ist nichts, Idiot. Es ist immer, wenn du anderen vorst, dich selbst vorst, du moron. Du solltest einfach... ...hier nach Nr. 1. Aber du bist so schade. Sorry, I didn't really feel like I had that option. I suppose... I'm sorry, Joren. Maybe... Hoffentlich finden wir von dem Typen das Lagerniveau, da seine Köpfe gelagert hat. Andererseits wäre das schon irgendwie lustig. Und nächste Mal... ...we werden wir gewinnen. Schon krass genug, dass sowas in einem Nintendo-Game stattfindet, dass ein Killer rumläuft, der Köpfe abschneidet und die lagert. Vielleicht ist DLC4 einfach die Geschichte von dem Killer und wir sammeln dann Köpfe. Wer will... Für alle, die noch da sind vom Raid, die sind nur so nackt. Ich hab die bestimmt nicht so angezogen. Das war... ...Joren. Ja, das war sicher. Ich versuche, er hat nicht verändert. Aber das... Das ist nicht okay. Die Leute sollten nicht machen solche Entscheidungen zu machen. Ja. Ja. Das ist genau das, warum wir aufwärts gehen müssen. Ja. Wow. Ach komm, die lebt noch. Das sind 10 oder Chronicles 2 Charakter, die wurden doch nicht einfach erschossen jetzt. Die ganze Story hat darauf aufgebaut, die zu treffen. Die Queen... Sie ist jetzt weg. Was tun wir? Was können wir sogar tun? Das war... ...dass wir unsere Welt zurücknehmen. Mama... Ich bin sehr entschuldig. Ich wusste, dass ich halb Mobius war. Ich sollte mehr aufmerksam sein. Aber insofern... ...sach ich doch. Sag ich doch. Königinensprache aufsetzen. Königinensprache aufsetzen. Unmöglich. Ich sah es. Ich sah sie direkt durch das Herz. Und all das Blut überall. Aber jetzt... Jetzt ist sie lebens. Und alle, die sind. Sie sind. Sie sind. Das ist gut. Wir haben alles funktioniert. Ihre Majestät. Mein Name ist Nia. Und ich bin die Königin von Agnes. Und ich kam in Xenoblade Chronicles 2 vor. Das wäre jetzt auch noch so ein geiler Satz. Einfach so. Vierte Wand durchbrechen. Es ist gut, einen Rekord zu halten. N und M. Eine andere Version von uns. Was sind wir wirklich? Warum existieren wir in der ersten Zeit? Die Antworten sind in mir. Mit ihren Hoffn und den Geheimen. Ich werde ihnen eine Vögel machen. Ich werde ihn hören. Ich werde ihn hören, unsere Wahrheit. Zum Kapitel speichern hatten wir auch schon lange nicht mehr. Was ist das? Who is that? Ach, die andere Queen. Ist die andere aus 1? Die Charaktere aus 1 habe ich nicht mehr so im Kopf. Die hat zumindest so ein Gesicht. Das könnte aus 1 sein. Ja, ne? Ich weiß aber nicht wer. Ich habe das jetzt nur am Gesicht erkannt. Weil die Gesichter aus 1 sind anders als aus 2. Melia. Boah, jetzt muss ich nochmal gucken. Ach, die Grafik von ihr in 1 sieht halt komplett anders aus, ne? Ja, ne, die sah komplett anders aus in 1. Also... Deswegen erkenne ich die auch nicht. Der hat auch ihren doofen Hut nicht auf. Die war in 1 von 88. In 1 war sie 88. Das Volk altert anders. Was? Ja. Was? Ja. Ja. Wie alt in 1 war weiß man gar nicht. Was war nicht mehr so? Also war das nur eine ganz lege, die Fall die totalen Blastung desens, zu geben uns. Wir haben alle unsere Werte und durch Zeit geplantiert, ein einziger Punkt der Hoffnung. Origin. Ein Arsch, mit dem ganzen Daten des Weltes, bezeichnet in Worten von Licht, mit der Hoffnung in den Zukunft. Origin war ein System, das wir konstruiert haben, um die Welt des Weltes zu retten. Und dann war der Zeit auf uns. Die Reboot-Prozess nicht zu initiieren. Insofern, in diesem Moment, die Welt wurde still, durch die Wille von Mobius. Also, es ist ihre Schuld. Und in der Hauptsache, war der Ringleader, Zett. Man könnte sagen, Zett empfiehlt diese Werte. Aber was hat das erreicht? Zett empfiehlt das alles? Nicht so. Er hat nichts zu tun, nach dem, nur... ...zum alles in ihrem Platz, in Stasis. Und eine Eternität zu leben. Das war der Wille. Das war der Wille. Er machte unsere Leben ihre Sustenance. Genau so. In order to gain control of Origin, Zett captured the Kevesi Queen. To what end? To access the memories in Origin. To bend them to his will. He needed a key held only by its creators. A key? A heart might be more fitting. Zett used the key held by the Queen of Kevesi, and seized Origin in its entirety. Controlling Origin means controlling the world. And having shackled it, he can bend it to his will. Life and death are his playthings. Der Arzel ist mega geil von der Cutscene. Ich feiere den auch. Also kann Mio die auch generieren? Aber Mio hat auch so einen Stein. Wie gesagt, Zett commands the world's very fabric. Unfortunately, my own powers are sorely limited. And yet, you too can break Zett's fetters. As you've shown. Smashing through the rules he established. With your Ouroboros powers, and the sword of the end, both. The sword of the end. The sword you hold. It is a byproduct of resonance between the Kevesi Queen's heart and Origin. Does that mean it's like an Ouroboros stone? The Ouroboros stones and the sword. They are mere gimmicks. The crux of them lies with you. You see, there are keys inside of you too. Aber erzähl doch mal, wie du Königin geworden bist. Das ist viel interessanter. Was ist mit Egg? Was ist mit Rex? Wo ist Rex? Was ist aus der Welt in den Wolken geworden? Obwohl, nee, die Welt in den Wolken existiert ja eh nicht mehr. Die Welt wurde ja regeneriert in 2. Die Welt, die in 2 regeneriert wurde, ist ja die, auf der wir gerade sind. Wahrscheinlich. Ich muss wissen, Zed und Mobius, muss sie sein, dass sie unsere enemies sind? Noah. Jetzt ist das etwas, für dich zu entscheiden. Nachdem sie zu befinden, und zu verstehen für dich, was sie wirklich sind. Gut. Nun hat mich die Worte gesperrt. Ja. Lange nach. Und jetzt? Was ist mit Rex? Erzähl doch mal. Was ist mit den anderen Charakteren, was zwei passiert? Wenn du hier rumschimmelst. Warum sind wir in einem Universum, wo Charaktere aus 1 und 2 sind? Damit die Fans glücklich sind, sind Charaktere aus 1 und 2 da. Bullshit! Ich mein, ja, aber Bullshit! Deep beneath the sea winden may tread. Zed spins his world-spanning web. So you're saying... The queen of Kevis. She's there as well? Well, snuff me. I wanna save the queen as much as the next guy. But how are we supposed to even get there? Schwimmen. You can't even get near without being ripped apart. Yeah, but if anyone were to know the trick, it's queen near. Seeing as, you know, she's the mastermind behind the whole origin-shabang, yeah? Warum sind wir eigentlich schon wieder so dreckig? Wieso geht das immer so schnell in letzter Zeit? Vorher war das nie so. Sie hat keine Ahnung. Vorher habe ich mich ja auch nie gewaschen und die waren alle sauber. Ich kann das einfach nicht glauben. Ich... Ich weiß nicht, wie zu reagieren. Kommt, ihr Leute! Geh es jetzt! Und jetzt! Huh? Hang on. Hm? Mia, don't you get to use those Mobius powers? Uh, um, well... Then it should be a snap, right? Pew! We're there! Those clowns were doing it all the time! Actually... Go on. I can't use them right now. The Mobius powers. What? I noticed it right after we liberated the castle. I couldn't work out why myself. It was so sudden. No! Is this why you blew us off saying to ask the Queen ourselves? Oh, sorry, Uni. Oh, love. I suspect it must be Zed. Ja, Zed hat den Schalter umgelegt. Power aus. Aber wenn er das da entscheiden kann, warum verbietet er nicht einfach Ouroboros? Ja. Achso. Okay. Okay, aber er kann sonst entscheiden, was verboten ist und was nicht. Ich weiß nicht, Wir sind trotzdem stuck, though. Wir wissen, wo, wo zu gehen, aber wir sind quasi tot in der Wasser hier. Wie soll ich den Vortex, dann? Oh, Mr. Salmon. Mr. Salmon war, äh, der Knopf aus der Stadt. Ja. Erinnern, was er gesagt hat, about a ship that could brave the Great Sea. Ist doch logisch, denk doch mal nach. Hm. Someday ist jetzt Morgen, also hau rein, Salmon. Ja, er sagte das. Er hat gesagt, etwas über es zu können, dass es stormy, dass es was er? Wait, war das ein Work in Progress, dann? Ich glaube, er hätte vielleicht er sich blueprints. Was er, Mr. Salmon sagte, er war ziemlich arzend, was er. Was muss sein, dass es ein Weg zu kommen, zu kommen, nachher. All right, wir gehen. Ja. Wie viele Möbius gibt es denn noch? Gibt es denn nur noch N? Ich glaube, X lebt noch. Gibt es nicht nur noch zwei Möbius oder so? Außer es gibt noch welche, die nie gezeigt wurden und nur in welchen... Y lebt noch. War das nicht X? Y habe ich doch vorhin gekillt. Ah ne, Y ist weggegangen. Der hat sich weggeportet. Der lebt noch. Stimmt. Aber die X-Frau lebt. Mit dem X-Kopf. Y lebt. N lebt. Z lebt. Also vier noch. Und halt neben Möbius, die in irgendwelchen komischen Heldenmissionen oder Nebenquests auftauchen. Dann gehen wir nach der Stadt ein bisschen. Ja. Travis hat uns auf der Entrance getroffen. Wait. Umso heller das wird, umso höher ist das auf der Map, ne? Ist das richtig? Ja. Ich will hier Knöpfe drücken. Nein? Okay. Wir sollen jetzt... Namenlose. Stimmt, die muss ich auch noch machen. Das ist bestimmt wieder eine ewige Quest, ey. Hallo. Ich wollte wechseln. Geht zum Eingang der Wolkenfeste. Oh. Äh, shit. Warum soll ich hier hochlaufen und nicht die Treppe? Okay, ich gehe hier hoch und nicht die Treppe. Einfach, weil mir der Strich das sagt. Hä? Warum geht der Strich nicht über die Treppe? Wie doof ist das? Wieso geht der am Rand entlang? Wie geht der da auch über die Treppe? Wenn das hier nur mit Kongrel 2 wäre, gäbe es hier eine coole Rutsche, die wir jetzt runterrutschen könnten. Ach fuck, ich hätte porten können. Ich vermisse die Slides. Ich auch. Die Slides, die Slide-Orte zu finden, hat voll Bock gemacht. Wenn du mit einem Slide irgendwo 500 Kilometer weit springen musstest, war das schon cool in 2. Ich finde auch, dass... Also, ich bin immer noch der Meinung, Xenoblade Kongrel 2 hat mich, je weiter man gekommen ist, immer noch mehr abgeholt. 3 ist nicht schlecht. Ich finde 3 besser als 1. Das muss ich schon mal sagen. 1 hat mich halt 0 berührt. Aber meine Reihenfolge wäre... Xenoblade Kongrel 1 Also, von schlecht nach gut. 1, 3, 2. Ich finde Xenoblade Kongrel 3 ist gameplay-wise am besten. Weiß ich nicht. Ich fand das mit den Klingen schon cooler. Die Klasse-Mechanik in 2 ist... Äh, in 3 ist cool. Aber in 2 war... Ja, in 2 war der Plot... Ich meine, hier kann auch noch ein wilder Plot-Twist kommen. Aber die Story in 2 hat mich mehr abgeholt. Und ich hatte auch mehr Connection zu den Charakteren. Vor allem, weil es nicht... Okay, es waren eigentlich auch viele in 2. Das wollen wir jetzt mal nicht... Aber wir sind nicht dauerhaft 8 Leute hinterher gerannt. Mache ich jetzt die Helden-Mission? Ja genau, das... Also, ich finde diese Konsul-Möbius-Geschichte cool. Und dass es davon auch so viele verschiedene gibt. Aber das ist schon grindy. Also, die Main-Party-Members in 2 haben mich deutlich mehr... Ich habe mich deutlich mehr in mein Herz geschlossen, sagen wir mal. Äh, ich habe mich verlaufen. Wait, ich mache das anders. Ich bohre mich dahin, das ist mir gerade zu blöd. Mir ist gerade was aufgefallen. Doch nicht, ich habe gelogen. Ich habe mich verguckt. Oh. Also, natürlich werde ich das Ende von 3 wahrscheinlich auch geil finden. Aber ich glaube, das Ende von 2 kann das nicht toppen. Es fühlt sich zumindest gerade noch so an. So, ich mag die Truppe. Ich mag die Charaktere. Am Anfang dachte ich, ich werde gar nicht mit dem warm. Mittlerweile denke ich mir so, ja, ist schon alles cool. So, du hast sie kennengelernt. Aber ich glaube, an 2 kommt das nicht ran. 2 ist schon wild gewesen. Wir sind der Nachfahre des Architektes. Der Architekt-Plot-Fist in 2 war ja wohl in 10. Und der Plot-Fist, dass du in 2 ja das Ending von 1 hörst. Fand ich auch geil. So, deswegen habe ich ja 1 gespielt dann. Das war schon cool. Äh, der hat noch was? Die Held-Mission Rush, ich glaube ich, jetzt durch. Erstmal, sie braucht keine weitere medizinische Versorgung. Sie ist ein Roboter. Ich habe es schon gecheckt. Sie sah auch schon aus wie so ein Cyborg. Komm, sie ist ein Cyborg, lass uns reingehen. Ja, geh doch rein. Was war das? Ist das die Tür? Das klang wie eine schlechte Flöte. Hat Nopon dich gebaut? Du bist schon wieder... Guckt euch den Hintern an von ihr. Das hat doch wieder Nopon verbrochen. Verbrochen. Wie fühlst du? Ich kann nicht confirm, dass die fachsinnige Sensation der Schmerzen in der Kranien... Was? In der eigentlichen... Ich... Hm... Vorher... Ich hatte... Hm... Ähm... Nein, Major. Ich... Äh... Die Frage fehlt spezifische... Oh, ich bin wirklich sorry. Ich... Ich glaube... Puppi war in 2 auch insane. Das kriegen die auch nie wieder so lustig hin. Oh, ich bin... Ich... ich verstehe... Oh! Ich habe keine Namen. Huh? Nummer 7 hat keine Informationen unter der Kategorie Name. Du hast keine Namen? Warte. Also, diese Nummer 7-ing-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang? An individuelle Identifikation-nummer, an den Soldaten aus Kolonien Zero. Wir sind keine Kevis oder Agnes. Consequently, Wer hat dieses Türgeräusch aufgenommen? Das klingt wie eine schlecht gestimmte Flöte. Hey, bist du okay? Hast du nichts gelernt? Habe, du kaltest nicht so gut. Was ist passiert, Sana? Mimi, ich... Ich... Ich weiß nicht, was zu tun. Hey, Sana. Alles ist okay. Lass uns irgendwo gehen, wo wir sprechen können. Ja. Warum weint sie? Denkt sie, sie hat ihr das Gehirn rausgeprügelt oder was? Isto? Okay. Was? Dass das wichtig ist, in welchem Lager das passiert. So ein Quatsch. Aber hey, hier kann ich mich waschen. Waschen wir uns doch mal. So. Wo soll ich anfangen? Wo soll ich anfangen? Dass sie ein Roboter ist. I just ask questions and she just answered them. But. Even though she attacked us, she doesn't seem hostile or violent. And when I spoke to her, she was literally just answering questions. It didn't feel like a conversation at all. She looks like us. But is actually a whole different kind of being. That's how I felt. Sie fühlt nicht. Sie ist ja noch Roboter. Als ob ich kein Myth-Rice hatte. Bestimmt. Außer, das ist jetzt wieder ein Item, das sie erfunden haben. Nur damit ich zu dieser Kolonie muss. Natürlich wurde dieses Item erfunden, damit ich in diese Kolonie muss. Hallo, Lambda-Soldat. Gebt mir doch mal ein bisschen Reis. Wow. Was eine Quest. So. Ein Womber. Was geht denn mit mir? Sehr gut. Moment, war hier noch einer mit Sternchen? Nein. Okay. Wird das ein Minigame wenigstens? Natürlich nicht. Gab es in zwei nicht auch so Minigames mit Kochen? Oder war das eins? Ich meine, in irgendeinem Zehnungsspiel gab es so Minigames. Oder vertue ich mich gerade mit irgendeinem ganz anderen Spiel? Ich weiß, was ich nicht mehr aufgeregt. Ich glaube, dass die alle immer hier neue Sternchen kriegen. Und ich dann nicht weiß, ob die meinen Harmonierang steigern oder nicht. Und ich die dann alle ansprechen muss. Die rein. Hey, sorry to intrude. No objections. You wish to resume question- No, that's not why I'm- So, to apologize. I figured you might be hungry. Yes. I'm not very good at this, so they're about the only thing I can make. Yes. But I can guarantee they're tasty. And actually, Mimi says so too. Uh, Mimi. Yes. Wenn ich Hunger hab und man mir Essen hinstellt. Ja. Sorry. My bad. I will eat. How about it then? Can not appertain purpose of question. Kann zweck der Frage nicht erkennen. Die schmeckt doch eh nix. Die schmeckt doch eh nix. Die schmeckt doch eh nix. Nummer 7. Computer. Safety. To be accurate. Oh. Really? In regards to... Second. Application of manual pressure. Revolted in compaction and higher cohesion. Also showing excess salt level. Salzgehalt. Oh. No wait. That's the best part. Isn't it nice and chewy? Oh. Affirmative. Huh? Number 7 has not taken sustenance in this form before. Currently considering that others of Colony Zero. They also enjoy the experience. Oh. Particularly number 9 seem to be growing and disaffected with the gasions being distributed. And number 3, whose calorie intake exceeds the baseline, may find these more sating. As a precaution, salt levels may have to be marginally adjusted pursuant to guidance from number 6. Huh. Hmm. Is there a problem? No, no. It's nothing. Acknowledged. Continuing explanation. So, were the onigiri tasty? You already have a sufficient reply to this question. Have you come to like the onigiri I made? Affirmative. Well, that's good then. I'll make them for you again sometime. Yes. Well, she eats like normal. And she can handle smoto. Yeah. There's nothing suspicious about her. Except she talks funny. Sie redet nur komisch. Let's let Senna keep her talking for a bit longer. Hey, you said you didn't have a name. Man. Recollection of making such a statement exists. Well, then what about Sigiri? Wow. Hmm. Uh. Perhaps this is some sort of code or cipher. No, I'm just. I was asking what you thought about Sigiri. Cannot follow logic behind query. Requesting more rational explanation. You're using difficult words again. I just didn't want to keep only calling you, you. The designation, number seven, is right. I just took the se part from seven and tacked on the giri from onigiri. Sigiri. Failure to comprehend basis for utilizing this nomenclature. Well, it's because you said you liked onigiri. Whoa, 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 whoa. Senna. Don't you think you're taking it a bit far? Yeah, love. Did you lose your brain at the gym or something? I'm sorry, Senna. I don't think I see what you're after here. Whoa. When did everyone get so mean? I think it's a great name, Sigiri. Yeah. I think so, too, actually. It's not really like you to come out with something like this, Senna. Really? But Mimi, I don't think it's right to call a person by a number. That's just... Lieb. Hey, I'm sorry. I let my mouth run away from me. I understand if you felt hurt by it. Regulations contain no special provisions on restricting designation. Huh? Number seven has no authority based on which to reject proposed designations, whatever they may be. Does that mean we can call you Sigiri and you won't mind? Affirmative. Well, there you have it then. Affirmative. Nicely done, Senna. Yeah, thanks. The girl might still be a total mystery, But really... It wouldn't have been right to call her number seven. Naja, in Final Fantasy 7 hat man den Hund auch... ...dauerhaft Red 13 genannt. Und nicht Nanaki. What happened? A coded transmission from Colony Zero. The Mobius Consul F is requesting Parlay with Ouroboros. The Mobius is requesting what? Number seven will use own Iris as relay to forward the transmission to you. Ein Schneckenhaushaltskopf. A pleasure to make your acquaintance, my young Ouroboros friends. I am F, and before we go further, I would like to sincerely apologize for the discourtesy of this method of introduction. Ugh, what a shameless slug. He thinks we'll forget he tried to kill us. You say you want to Parlay. How do you imagine that will go, at this point? I am certain you will feel guarded, and rightly so. And yet, with that acknowledged, I would like to offer an opening of negotiations with you. Negotiations? Should you accept my invitation, I will rescind the extermination order on you, Ouroboros. Colony Zero will henceforth no longer concern itself with your comings and goings. Oh, that'd be swell, if we were stupid enough to trust your work. And your demands? The bodily return of number seven. Huh? And that's it? That's all it would take for you to never fight with us again? Yes, you have my guarantee. And that of the whole of Colony Zero. Are you joking? You're Mobius. You'd throw away one or two soldiers without batting an eye. Certainly some consuls do display such callousness, a deplorable state of affairs. But not I. I hold the light of life possessed by Colony Zero to be of the utmost importance. Naturally, that includes number seven. That is precisely why I have reached out to you, nominally my enemies, even with the concomitant difficulties acknowledged. Are you telling the truth? Come on, Senna, don't fall for it. Can you give us a guarantee that you aren't lying to us right now? Of course, is what I'd love to say, but naturally, simple words are never enough to engender trust. I know. I have sent the current coordinates of Colony Zero to number seven. We shall remain here. Should you find yourselves receptive to my offer, do please pay us a visit and bring number seven with you. So you think giving us your location will make us trust you? How do we know this isn't a trap? In such a circumstance, you would possess a handy hostage in number seven. I trust I needn't say more. Ugh. Has this guy heard the way he sounds? Of course, that is not what any of us really want. My desire is to see number seven safely return to me. That is all. Number seven? Yes? I am tasking you with guiding them to Colony Zero. Follow their command until you return. Compliance. And number seven? Yes? We've all been worried about you. Hmm. That will be all. I will legally anticipate the day when we meet in more favorable circumstances. Vielleicht ist er wirklich ein netter Consul. Weiß man nicht. Wir haben ja schon mal einen getroffen. Wer jetzt in unserem Team ist. маг 어�röb- モli Terrige. Ge Planning to the ouroboros' command as an exceptional measure for the duration. Pending your decision on the outcome of the proposed exchange, I await your command to depart. Well, this was... unexpected. Sugiri, what do we do with you? Holy crap. Jetzt habe ich sie gestartet. Für all diese Gründe, ich dachte... Well, insofern, Dinge können nicht so sein wie das immer. Rather than zu machen spekulieren nach spekulieren und tun nichts, Sie wollen... Es ist auch möglich, wenn nicht möglich, dass wir es können. Okay. Können Sie uns wo Kolonie Zero ist, richtig? Etia Region. Kaptakorn Peak. Huh? Wait, das ist nicht... Das ist das, was wir gegen diese Leute kämpfen, nicht? The point where Kolonie Zero is stationed, is located even further in. That explains why you were lying in wait for us there. However, the geographical feature called the Noclea Meyer is located on route. Entering it is predicted to have severe negative impact on your biological processes. Then how do you guys get through? A Theron's environmental hazard resistance can temporarily neutralize poisonous materials. What's a Theron? Oh. Is that the thing you were riding inside? Affirmative. Consequently, traversal through the afflicted area will necessitate retrieval and refurbishing of the abandoned Theron suit. We can ask Riku to fix it up. Will that be okay with you? No objections. Oh, if Riku must, we'll not leave friends in Lurch. Alright, then. Just be patient for us a little while longer. Okay, Sagiri? Compliance. Oh. Oh. It begins the second guard then. Oh. 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 Was ist, wenn ich dann den einen Helden verpasse, der OP ist? Ich meine, ich bin jetzt schon OP. Ist egal. Aber was ist, wenn ich noch krasser sein kann? Vielleicht habe ich den Helden sogar schon, der OP ist. Wer weiß. Da schwebt was in der Luft. Das ist ja voll unfair. Hä? Wait. Da schwebt vor vielen... For Science. Ich muss chat. Das ist ein Weg ausgelegt aus Loot. Leid. Aber das ist kein Ort, wo ich schon mal noch nie war. Das ist ja kompletter Beschiss. Wieso ist denn da so ein geiler Trail aus Loot ausgelegt? Und dann ist da einfach nichts. Oder habe ich das geile Zeug verpasst? Einfach so ein Trail aus Loot. Wie weit weg ist das? Ist das sehr weit weg? Ja. Nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Warum sollte man von hier da runter springen? Nur für so ein paar gammelige Items. Das verstehe ich nicht. Da ist halt wirklich nur dieses eine Wasserbecken und kein anderes. Mann. Ich dachte, in zwei wären da wieder geile Secrets versteckt gewesen. In drei landest du einfach nur im Startgebiet. Wie sieht es aus, Riku? Es sieht aus, wie Problem, mostly cosmetic. Und bereit. Siggiri ist jetzt einfach Umweltimmunität. Ah. Ich kann durch Giftwasser laufen. Okay, wir haben den OP-Helden gefunden. Und die ist optional. Ich kann einfach durch Gift... Unten im Magda-Wald-Sauber-Gift, oder? Ich meine, so viel Gift wie in zwei ist hier nicht. So, ob mir das jetzt einfach kein Wasser... Es gibt mir einfach kein Gift-Schaden mehr. Ach, der fang. Wie stumpf. Jetzt kann ich einfach durch diese Suppe laufen. Ich bin ein, Masters. Ich bin ein, Herr. Ich habe, dass Sie kommen können. Wir haben unseren Soldaten. Wie问 ich Sie? Weil es alles Roboter sind. Ja, okay. Ja, okay. Weil das Roboter sind. Wie doof seid ihr denn? Die brauchen keine Lebensenergie, weil die kein Leben haben. Also... Ja. Ja, okay. Ja, okay. Also, ich bin okay. Nummer 4 kann immer kämpfen. Aber... Nr. 7, ihr seid nicht auf der Falle. Wenn es geht, ist es meine Falle. Ja, okay. Ich kann nicht mit den Problemen... Ja, okay. Nummer 4. Was ist falsch? Was ist das? Sparks! Was ist falsch? Du glaubst nicht, dass das... seine Flamme lebt? Ich kann. Ich bin kold. Nummer 7? Wo? Ich kann nicht sehen. Ein Ding. Oh. Asagiri! Was hat gerade passiert? Nummer 4 hat seine Leben zu den Pferons gegeben. Hey, besser erklären Sie sich. The Pferons are powered by life's flames. The flame clocks that impel them are synchronized to those of their passengers. Wait, did you say flame clocks? Does that make the Pferons... Indeed. The design differs, but you could see them as functionally identical to Pferonesis. In addition, Pferon flame clocks are fitted with the function to disengage the limiters. Doing so allows the Pferon to burn through the flames that fuel it at an accelerated rate, maximizing the unit's power output. Once the limiter is disengaged, a first-term soldier can perform at a level comparable to a colony's commander. That incandescent power is the pit and marrow of the Pferons of Colony Zero's might. But what is Colony Zero to begin with? Who are you? Who are its soldiers? You could say, we are those who work behind the scenes... Okay, maybe they do not have Flammen-Uhren or anders. Battlefield manipulation, inciting sedition, information control, elimination of third-party forces. It's all due to our ceaseless, thankless efforts that this war can continue unabated. And each life's fate arrives as ordained. In other words, we maintain the fabric of the world. That is the duty which is our pleasure to fulfill. Nothing but empty words. That's the reason you put your men in those things. Well, mate, you just showed us your whole arse. I knew you didn't care about the lives of your soldiers after all. Preposterous! I treasure their lives above any other good. They are to me the most exalted substance. Their immaculate lives, sacrificed in service to the world, permeated and formed the basis of the eternity we Mobius covet! Stop it. Protecting my innocent lambs, whose souls lubricate the gears of the world through a sublime sacrifice. That is the highest calling! Isn't it the loftiest vocation conceivable? Surely you must agree! Shut up already! I must beg your pardon. Have I said something to incur your displeasure? Snuff all of that and snuff you! How dare you! How could someone like you think for a second you treasure, Sagiri? You have no right! We'll bring you down right here and now. Sagiri and everyone will be free from the flame clocks! But one in the blazes has brought this on. I told you from the start, I had no intention of fighting you. Have you lost your mind? Well, it seems unavoidable now. It seems the negotiations have broken down. Truly regrettable, and yet perhaps inevitable. Old Farron units, heed my call! You are ordered to disengage your limiters! No! Number 7, your orders! Bring all your might to bear and crush the Ouroborus! Sagiri! Listen! You don't! Compliance. Commencing Ouroborus annihilation. One! He is just a lock. ... all units fallen in standby what's this console a report what's the matter number seven large expenditure of life's flames is forecast if limiters are disengaged for combat proposal following analysis of all units flame totals restrict limiter disengagement to unit number seven i recognize your unparalleled radiance it brings you honor now behold by my authority is console i order you all ferron units disengage limiters tja sie hat gesagt es scheiße sagiri that snuffer just when i thought he couldn't go lower oh number seven truly you are a marvel the cry wafting from your spirit it will water this endless world and make it bloom eternal first off let's deal with these guys yeah just wait sagiri the harmonie einträge von allen das heißt obwohl die kontra zum stemmen im harmonie ding diagram hat man auch einträge die gestorben sind die taillen richtig vermöbelt alter die schwanken nicht ey nervig zu viele gegner sehe nichts mehr die frau die frau die frau die alles flächen angriffe einfach einmal verwandelt alle kaputt nicht, Fagiri! Uhhhhhhhhh Backstep, nice Niiice Sigiri! Are you okay? Please talk to me, Sigiri! Uhhhhhhh Number 4 Huh? Number 4, don't go! Number 7 We'll protect Number 4 Everyone Noah! Please! For Sigiri! For them all! Right! Schon mal ne kleine Flamme Müssen wir da nicht von allen die Uhr zerstören? Eigentlich? Hatten nicht alle davon so ne Uhr in der Brust? Pfff With the Consuls death in the line of duty Colony Zero's chain of command is broken Number 7 currently has no duties to perform And no orders to follow That means you don't have to fight us anymore However, it is a matter of record That number 7 took coastal action against Ouroboros Perhaps you wish to meet out an appropriate punishment Sigiri, you did nothing wrong Really, we should be thanking you Thanking? Why would... I mean... Before You attacked the Consul instead of us So You held back from fighting us And Thanks to that We were able to take down the Consul Hmm Anyway That's enough about that Now it's time to think to the future, right? I cannot comprehend Huh? Why do you speak to number 7 that way? Under what orders and from whom? Why did number 7 disobey orders? Why did I not attack you as a... Requesting swift reply? Hmm Hmm Kann man ihr jetzt einfach befehlen, frei zu leben, nach ihrem eigenen Willen? Ist das ein guter Order? Kann sie das verarbeiten? I know what it's like to feel lost Dann hat sie ihren Befehl, der nie endet I don't know where to turn But even you must have some things you think you'd really like to do, right? Number 7 does not have thoughts matching that description In that case, let's put our heads together Let's think of things you might wanna do Is that an order? Nuh-uh Nobody's giving you orders anymore From now on, Sagiri The only orders you should follow are your own The situation described does not conform to the accepted definition of orders I... it was just like a metaphor, or... or was it a simile? I... really cannot comprehend... uh... But... although I cannot comprehend... Sagiri gives orders to number 7 Yeah If the circumstances be interpreted this way, then Sagiri... I... may be able to comprehend... Oh, Sagiri... Is it odd? No... I don't think so I'm sure it's exactly right Since... after all... you're free now So, Sagiri... what are your orders for number 7? Top priority should be to investigate what it is that I want to do More data must be gathered before this is ascertained That sounds very like you, but I think you're making it too complicated It doesn't have to be just one thing and it can be anything really It can be anything? Yep, anything at all In that case... yes? Did you think of something? She will eat Right now... I think I'd like... one of your Onigiri, Sana Yeah Solange I therefore not again like the Colony Lambda to go to, um Reis to go to, you can go to eat Yeah By the way... I wanted to ask about the Faerron I suppose there's no way to use them anymore That statement is incorrect Oh really? Ah, sie braucht auch Äther-Zylinder. Was ist denn dann ihre Klasse? Was für eine Klasse gibt sie uns? Maschinen-Assassine. Senna. Wie ist denn das Outfit? Oder hocken die dann auch in so einer Maschine? Oh, das ist cool, dass dann die Maschine hinten steht. Okay, dann kriegt sie ihr Outfit. Aber sitzt sie dann auch in der Maschine? Welche hat sie gerade ausgerüstet? Moment, A. Ah, Defense. Okay. Dacht schon. Heilung? Nein, Defense. So, warte mal. Bei Techniken bei Noah wollte ich noch mal gucken. Und zwar... Hier ist schwanken zweimal drin. Haben wir hier irgendwas, was nicht schwanken ist, sondern umwerfen? Leider nicht. Na gut. Oder haben wir hier umwerfen? Leider nicht. Leider nicht. Na gut. So, was haben wir hier? So, reden wir mal mit allen Robotas hier. Wir haben ja natürlich keinen Rastplatz, ne? Belasten. Da haben wir einen. Ich meine, das Gespräch, das ich jetzt führe, ist bestimmt eh wieder eine Nebenquest, die dadurch freigeschaltet wird. Aber dann haben wir es weg. Neue Heimat. Jawohl. Äh, Sprecher. Und... Ich sprich mit Gondor. Ne. Ich sprich mit Summon. Ja. Ja. Äh, Karte. Mmh, 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 mmh. Habe ich jetzt alle Helden? By the way. Come on, Ravi. Ich habe auch eine, glaube ich. Na, hier werden die nicht alle Zeugt. Ich habe alle. Geil. Alle Helden. Dann habe ich das schon mal weg. Das ist nice. Gott sei Dank. Es ist gut zu bleiben. Ah, Fringe-Mean Old Bute. Sie ist weg, alles in Dock No. 3. Was, wirklich? Ah, ich wollte die Chance nutzen, um was zu essen. Das ist immer das Gute an Szenen, weil durch die Katzins kann man zwischendurch was essen. Äh, Rohhafen. Moment, Hafen ist doch bei Cadencia. Ja. Ich denke mal, das hat eine eigene Map. Hatte es glaube ich, bevor ich in Cadencia war, war der Hafen auch eine eigene Map. Ab in die Boot-Cutscene. Dann kriegen wir ein neues Boot. Mann! Jetzt ist das nicht vertont. Neues Schiff ist großes Traumprojekt von Summon. Muss gut vor bösen Euglern versteckt bleiben. Dock 3, okay. Darf ich jetzt? Es sieht so aus. So, das ist es. Man hat sich die Kraft. Was ist das, was der Kraft ist? Das ist nur ein Schiff. Nur ein Schiff. Das ist nur ein Schiff. Nur ein Schiff. Nur ein Schiff. Das ist nur ein Schiff. Nur ein Schiff. Das ist, wie ein Schiff mit auf der Machen. Herr Sammon, was ist das das Machen? Ich bin genauer, nur muss eine Komponente ein. Das ist die Treppe hier. Und es braucht sechs mehr zu machen. Beziehungsweise nur hier haben wir dies. Ich habe das Mätsal vor einem den Wein gesehen. Es ist das gleiche als Noah's Späte. Ja. Ja, so sieht es. Außerdem ist es genauso wie Metall, die in den Fancy-Eye-Patchen verloren haben. Freunde wissen, die Eye-Patchen blocken Mobius-Tracking, sicherlich. Ja, das von Monica gehört. Das ist, weil die Eye-Patchen speziale Wävelengthen erzeugt. Das hier zeigt die Säden von solchen Wäveln. Ah, natürlich müssen wir jetzt noch sechs Worte aufsuchen. Das hier zeigt, dass die Eye-Patchen nicht genug ist. Das ist ein Schmerz. Mio, schau mal hier. Ja, die Cloud Keep. Das ist das Ding, die die Königin hatte. Herr Salmon, also, wenn wir Sie sechs mehr haben, Sie könnten das Wäveln? Natürlich. Mit dem können wir ein Wäveln mit Kraft und Gefängnis machen, so wie ein Sturm warholen in der See... Ja, dauert da jetzt auch nur sechs Wochen, bis... ich die Teile hab. Wieso werde ich hier dauerhaft gebongt? Was? Man muss erklären, was jetzt ist, weil mir langweilig ist. Wenn die Sachlage so herumliegt, dann... was ist das? Linke Lichter zeigen bisher bloß ganz groben Bereich. Wenn es bei der Berechnung etwas mehr Mühe gibt, wäre auch Genauigkeit von 50 Metri möglich. Oh Gott, muss ich jetzt zwölf Teile finden, damit wir das genauer machen? Oh, wow. Fang los nicht mit W.O.W. an. Auf zu Wolkenfeste. Das ist unsere erste Mal hier, nicht wahr? Äh... Obere Ebene da. Ne, wait. Doch! Was soll? Du hast Zugriff auf meine gesamte Steam-Bibliothek. Da wird ja wohl irgendwas dabei sein. Ich muss mir die Nase putzen. Was? Warum bist du hier wieder? Was? 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 Ah? 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 Ahem. Ahem. The Gears of Origin. What fate that they would be the ones to guide you? Ouroboros and the Sword of the End have. They brought us this far, so... I wouldn't be surprised. I understand. Well, in that case, I will gladly concede it. You knew we'd be coming back though, right? It was all a part of your grand design, yeah? The future must be sculpted with one's own hands. Something like that? Well, that's the first. Five left to go. A promising start. Yeah. Could be worse. Keep going like this, and job done. Thank you, Majesty. I promise you, we won't waste this gift. Wait a moment. How will you access Origin, even with the ship? I mean... We're gonna plunge into the Great Sea's Vortex. What? And after that, Origin is protected on every side by thick armor plating. You think you'll find a booth? I guess... Uh... Maybe? For starters, we don't even know Origin's general schematic. We're going in blind. Take this. What... What's this? Is this... Origin? A certain Nopun engineer was involved. On the Agnian side of Origin's construction. That's an early blueprint left behind from those days. The Great Sea's Vortex... Is likely born from the force field emitted by this middle part. Amplified by the structure built up around the circumference. That would be my best guess anyway. As for the original purpose of the structure. It was a device to deploy a field to protect the facility while it generated an omni-static space. That's how they now understand. Consequently, this middle section here. It lacks the armored shell making it origins only weak point. So then... Basically, this is our entrance. Enter the Vortex. And then using its flow, break through to the inside. Once you are within, destroy the force field generator at the center. That's the trick. Yes, I see. However, the internal structure of Origin may well have been heavily modified by Zed. Even after you make it in, you must be on your guard. Understood. We'll be fully prepared. Huh. You gotta hand it to the Queen though. How could anyone know all that? Shocking, I know. Absolutely. I simply cannot believe this. Come on, you lot. Make your minds up already, will you? By the way, after you met up with Em, you were sleeping here all this time, right? Yes. So then, how did you know we'd become Ouroboros? You seem to know what happened at the castle as well. Even as I sleep. I learn. Information on everything in this world collect right here. Thank you so much for all this. I promise you, we will seize the future. I promise you, we will seize the future. ... You could ask me. But in the future. Wie kommen die Infos da rein? Cute. So, wir haben das erstes Stück. Quatsch mit so zusammen, man hat nur gesehen, wie Blinklicht plötzlich bewegt hat. Wir haben uns erst ein kleines Stückchen weit entfernt, beeindruckend wie präzise seine Ordnung jetzt geworden ist. Norden von Aetia und Osten von Cadenzia. Okay, let's go. Ich will das so schnell wie möglich machen. Hoffentlich ist nicht jeder Ort so anstrengend und hat so ewig viel Cutscene. Warte mal, Aetia und Cadenzia. Da oben. Gut, dass ich da einen besonderen Gegner besiegt habe. Vergangenheitsnefi war smart. Direkt in die Cutscene rein. Let's go. Ist aufregend die Schatzsuche. Wohin deutet das Signal? Kommt von da drüben. Da war ich glaube ich sogar schon auf der anderen Seite des Berges und ich glaube da war nix. Aber das erklärt warum da nix war. Ja, ja, Lockhart Croc-Tool ist mir egal. Ich kletter hoch und weg. Hätten wir damals schon mal ordentlich geguckt. Hätten wir das schon mal mitnehmen können. Hätten wir das schon mal mitnehmen können. Keine Gegner, die mich angreifen. Nix. Keine Möbios, die auf einmal kommen. Mich aufhalten. Ich kann jetzt einfach weiter zum nächsten Teil. Dankeschön. So. Kadenzia. Sexy. Äusig. Selbst so ein Filter kann mich nicht entstellen. Kappa. Abgehoben. Ne, ich sitze eigentlich ziemlich gut hier. Muss ich hier lang oder da? Kann ich da lang? Ich glaub ich kann nicht da lang. Ich muss mir gerade sagen, in dem Monster da drin liegt ein Item das ich brauche. Geht mir schon ein bisschen Cutie Pie Flashbacks. Ne Cutie Pie ist unschlagbar. Warte mal, wenn die... Ja, die hat aber keine Sachen, die man leveln kann mit Aether. Okay, dann ist das wirklich so ne... Ino Sache. Kriege ich noch sieben Eisamen? Das klingt so falsch, man. Okay. Okay. Ah nein, biegt eine Leiche, aber der Weg ist zu lang. No problem now. Noah, würde du mind? Ich bin gespannt, wie Senna im Kampf aussieht. Ob die dann so einen Mech hat auf einmal oder was für eine Waffe die benutzt? Oh! Oh! Girondon, der Geile! Wer hat sich denn den Namen ausgedacht? Hä? Wenn der auf Englisch nicht so... Heißt der Horny auf Englisch? Oh nein. Ich glaube, da herrscht ein Missverständnis. Vom Englischen aufs Deutsche oder vom Japanischen aufs Englische. Ich glaube, irgendwo ist da ein Missverständnis. Ich glaube nicht, dass es der Geile sein sollte. Sollte der Gehörnte heißen, glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass der geil sein soll. Achso, wo ist Senna eigentlich? Ah, die ist gerade verwandelt. Ah ne, die kämpft mit den Dingern, mit denen der Roboter auch kämpft. Ah, okay. Makes sense. Können wir die kleinen Ads erstmal wegmachen? Das ist richtig nervig, dass die hier extra Damage machen. Girondon, der Geile! Geilen! 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 Wahrscheinlich hat ein deutscher Übersetzer das eingetippt und dachte sich Höhö, lol Soll es eigentlich nicht heißen, aber wir lassen es so Merkt doch eh keiner Ist ein riesen Game, das kontrolliert keiner Das wird auch keiner kontrolliert haben Und deswegen ist das so geblieben Was ist eigentlich, wenn ich Lucky 7 ziehe Das wird bei dem Boss jetzt nicht Also bei dem Gegner nicht passiert, wahrscheinlich Weil der zu schwach ist Und dann In die Angriffskette gehe Habe ich dann Lucky 7 Angriffe Bei Noir? Oh, way out of your knees Get used, Leo Here we go Ready to try now I think we could eat tonight Kill it now Thank you I'll keep up the attack Can't let you show me up, Noah I need you, Leo We're unstoppable No way we can move Let's do it, Kyle I'm going fucking fuck now, though Wait, wait Wait, wait It's my time to run Doch, der ist nicht mehr geil, ne? Der geil Irgendwas kämpft da So Ja Kämpft da? Ah, die Affen wieder Nein, lass mich doch erstmal die Kiste holen Mann, dass der Encounter für Quests immer so riesig sein muss Hinter Wasserfall versteckt Okay, let's go Nicht lang schnacken Reiner Und jetzt lass mich zu der Kiste da hinten laufen Ich muss mal Steine craften, ey Ich verkaufe die ganze Zeit die Edelsteine Ich muss die machen Das sind Porter Ich die nicht machen Und ich muss hier wieder hin Reg ich mich auf Die Hände Im Wasch Ok Wenn die kleinen Ads bitte nicht so viel aushalten Ich wäre dem sehr Dankbar Ich will die nur weg haben, weil die immer so nervigen Damage machen Wie zum Beispiel Gift Damage Werft ihn um, er schwankt Ich habe den Lüft Oh, we're near out of it. Oh, we're near out of it. Suck it. Go. I felt good to let's do it, Tyre. I feel fine to start now, then. Fuck, I'm late. I'm here. You're a fire, lad. Extra. Why, man? I don't want to surrender before we grind through the dust. It's strength. It's amazing. How fast I'm not going to play. Now we're into the thing. Okay. Okay. They did it. So satisfying, wenn... ...alle gleichzeitig den Schwankeneffekt kriegen. Ihre Angriffe dauern viel zu lange. Die von Mio. In der Synchronisation. Die dauern viel zu lange, die Angriffe. Das ist etwas decent, right? Wo haben die das jetzt hingesteckt? Vorne ist Pentelas. Okay. Dritte habe ich jetzt nicht gesehen. Aber es wird ja irgendwie was... Ethia wahrscheinlich. Nee, Ethia nicht. Aber vorne ist es eins. Äh, natürlich ist da nichts in der Nähe, das da. Aber da kann sein, dass da wieder eine nervige, lange Cutscene kommt. Weil das ist, glaube ich, ein... Ist das das Schlachtfeld? Ach nee, hier. Das ist aber mittendrin. Könnte ein Monster kommen. Irgendwie sowas. Wie viele Punkte haben wir mittlerweile? 88, 228. Ah, er hat noch einen zweiten Slot. Ich erinnere mich. Hatte nicht noch jemand? Da. Er hatte noch einen zweiten Slot. Sie auch. Ah, okay. Dass die Animation nochmal abgespielt werden muss, obwohl du das schon seit tausend Stunden hast, ist irgendwie weird. Das ist leider ein viel zu offenes Gebiet dafür, dass das jetzt ein schnelles Ding wird. Kommt irgendein Monster. Dann ist es oben. Oh nein. Oh nein, wir müssen buddeln. Und deswegen waren da auch so viele Lupen auf dem Ding. Oh Gott. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich gehe direkt hier hinten irgendwo in die Mitte. Ich gehe zum Hintersten direkt. Es ist eh das Letzte. Es wird das Letzte sein. Es wird das Letzte sein. Warum seid ihr so? Und es ist nicht mal in jedem Loch was drin. Hey. Oh, die haben mich gebaitet. Es ist doch ganz vorne der Erste. Es kann ja eigentlich nicht das Letzte. Doch, es kann das Letzte sein. Die können das so programmieren, dass der Erste, der kriegt eine Schraube. Dann kriegst du zweimal nichts. Dann kriegst du einen Teufelsofen. Das kann man ja programmieren. Und beim Zehnten ist es dann die Ursprungsscherbe. Ist es hier das bei dem grünen Licht direkt? Es ist... Wieso? Wieso ist es denn auch immer so obvious, dass es dann das Letzte ist? Oh, es ist doch nicht das Letzte. Gott sei Dank. So, Pentellas ist eins. Das ist eine andere Quest. Und, sagt der eigentlich Pentellas? Im Magdawald unten, oder was? Ah, Magdawald unten. Ja, dann muss ich dann leider hier hin. Okay. Äh, wie ist der Weg runter? Das ist der Weg hoch. Ah, ich kann ja jetzt durch Gift laufen. Ah, es war so gut, dass ich die... Oh Gott, die sind Schufe 71 hier. Die greifen mich an, die Schweine. Kacke. Die Schweine greifen mich hier an. Ich kann hier gar nicht durchchillen. Hallo, Stufe 75 Drache, der einfach nur ein epischer Gegner ist. What the fuck? Das ist der Weg hoch. Das ist der Weg hoch. Das ist der Weg hoch. Brems, gibt Wasser, den Damage? Nein, nee, ich schwimme nicht da drin, ne? So. Hier werden auf jeden Fall Gegner, an denen ich noch gut leveln könnte. Ich kann mir überlegen, weil ich bin überlevelt. Ich bin anscheinend... Ich bin ja angeblich so Endboss-Level. Und ich muss hier noch in einem Gebiet rumlaufen, wo Monster mit Level 73, 74, 78 rumlaufen. Also irgendwo will das Spiel auch, dass man überlevelt. Oh nein, natürlich kriegen wir ihn nicht chillig. Der hat ihn gegessen, ne? Ja, natürlich. Dann, let's go. Oh, ist zum Glück kein Elite. Ist ein normaler Gegner. What the fuck? Ja, voll angenehm. Oh, ist trotzdem ein KP-Schwamm. Aber der Gegner hier ist dann wieder Stufe 58, obwohl alle normalen Gegner drumherum mindestens Level 70 sind. Das Spiel ist irgendwie weird, was das betrifft. Aua. Oh, ich muss die Technik dann mal ändern, dass der... Obwohl Seitenangriff schwanken und schwanken, das ist schon ein Unterschied. Dann kann ich egal wie stehen. Aber theoretisch sollst du schwanken zweimal triggern. Vielleicht ist dann die Chance auf schwanken höher. Weiß ich nicht. Was ist, wenn ich mich seit ich hinstellend schwanken mache? Dann schwankt er auf jeden Fall. War die Chance zu höher dafür oder nicht? War die Chance zu höher. Natürlich fasst er das einfach so an. Oh, Heldenmission, Handlung Noah. Oh, oh, oh. Aber ich glaube, die Nebenhandlungen mache ich nicht. Die Heldenmission sage ich ja. Aber die Nebenhandlung? Weiß nicht. Das Problem ist, wir schaffen heute wieder nicht durchzukommen. Niemand und Noah ist hier. Äh. Das Ding ist. Es wird nochmal ein ganzer Stream, wenn ich in diesen Vortex reinfahre. Ziemlich sicher. Wo ist das letzte Ding? Nicht doof? Ah ne, ich hab alle. Ah, schön. Weiß ich, sechs? Nee, eins fehlt doch. Moment, das ist eine extra Mission. Das ist eine blaue. Deswegen wird mir die auch nicht angezeigt. Ach, die gehört dazu. Ich muss die machen. Na gut. Noahs Mission gehört dazu. Na gut. War die nicht zu stark? Ach, ich konnte hier nicht machen. Nein. 40 war ich da easy schon. Höh? Ich hab mich nicht aktiviert. Schlampe, ich war ich dann nur da. So, die greifen mich ja trotzdem an, egal was für ein Level ich hab. Oh, sag mir nicht, ich kann da nicht hochspringen. Mann, der greift mich nur jetzt an, wenn ich daran vorbeilaufe. Doch nicht. Hochliebe der Questmarker. So, es ist beyond this bridge? Yeah. Keine Chance von der Front. Nicht so wie das. Ach, gut, dass ich die Seilmaschine schon benutze. Okay, der letzte Splitter ist da drin. Deswegen. Und Noahs Mission ist einfach mit eingebaut. War klar, dass es irgendwo was dazwischen kommt, das länger dauert. Chris. Chris. Du bist ein Wochenende von deinem Homecoming. Warum? Chris. Du bist ein Wochenende von deinem Homecoming. Noah, bist du okay? Oh, ja. Sorry about that. Hm? Strange. Now at all times. Gott, wie stark bist du? Okay. Wird ewig dauernd, ihn zu machen, aber okay. Oh, Gott. Ach, eh, Schwamm. Und der schwankt nicht. Oh, jetzt. Nice. Hallo, ich komme nicht hinter ihm. Oh, Gott. feiern geht drauf doch nicht wie sie die gegner schleudern lassen immer wieder ein phänomen mann dass man weggedrückt wird von so großen gegnern ist richtig nervig wir sollten hinter ihn gehen ich sterbe ich habe feuer hallo hallo ich sterbe ich sterbe feuer hallo feuer hallo healing hallo healing aber ein problem ich werde sie anders bevor wir drauf gehen heile ich mich so oh was macht sie so senkbar angegriffskette physische abwehr und etabwehr des gegners um 25 prozent let's go was macht sie so gewährt 150 prozent tp wenn der held das kommando ab okay wir versuchen jetzt erstmal einen schwanken sehr gut einer von euch umwerfen er hat umwerfen das ist aber zu viel scheiße schade dass die doppelt so viele punkte bekommen haben wir jetzt noch ohnmacht oder hochschleudern ohnmacht haben wir ohnmacht haben wir dann mach du ohnmacht und heil dabei 50 wenn du wieder das doppelte bekommst an den dings rast dich aus alter ok dann mach du noch full und du mach jetzt mal den finish aber ich will das sehen das war nämlich ganz gut eine zufällige schwächung ja da kriegt er keine selbst wenn er das doppelte kriegt ich nehme so viele punkte eigentlich wollte ich heilen wir sind schon gut geheilt eigentlich bin ich hinter ihm ich weiß es nicht ich weiß es nicht boah wenn er das ich würde sie gerne abschließen lassen das könnte richtig viel dings geben das ist die frage ist 89 besser oder das mal 150 prozent ich weiß es ehrlich gesagt nicht mathe schwer das jawohl ja über eine million damage ich muss mich So frei ich hab. Perfekt. Sehr schön, die Angriffskette hat das gut überbrückt. Tja, ich hätte ihn nicht machen müssen, aber es ist ja schon mal weg und ich hab'n Reisepunkt hier hin. Weil gleich wird die Tür ja wohl auf sein. Unentdeckt. Wir haben gerade den fetten Gegner vor der Tür kaputt gemacht. Ich glaub, die hätten uns schon entdeckt, wenn sie wollen würden. Was fliegt hier rum? Ach das so. Wow, das ist ja ne richtig sichere Basis. Uneinnehmbar. Wie komm ich denn auf diesen Turm drauf? Ach da ist ne Leiter, ok. Okay. You are? It's night time already? Huh? Let's use this. I hope we can make use of this. Rare item obtained. Rare item obtained. Pass auf, der Questmarker ist jetzt so groß, selbst wenn ich außen rum gehe, wird der triggern. Oder nicht? Ich bin empressed. Ah doch. Das ist nicht zufrieden. Nicht eine einzige Person ist irgendwo in der Situation. Was ist passiert? Ist das, weil wir den Annihilator aufbauen? Nein. Schieny Queenie Das ist Chris Das ist der Mann, der von Noah zu sehen war? Ja Aber Chris ist... Ja Er hat vier Jahre später Das bedeutet, dass er wiederbohren ist? Wie Ethel? Nein Ich glaube nicht, das ist es Was dann? Wie Mobius Es gibt zwei Typen Mobius Die Art wie Z und X Die waren Mobius von Anfang an Und Menschen Die wurden Mobius Wie N, M und Jorin Haben wir jetzt Mobius C? C hat man nicht, oder? Wahrscheinlich Aber die Origen-Metal-Readout ist real Es ist definitiv hier In wir gehen? Ja In wir gehen In wir gehen Was? In die Jules? Sie sind sicherlich bewusst, dass wir kommen Aber es gibt niemanden Oh Oh Ich muss unbedingt wieder Steine craften. Ich glaube, ich kann mittlerweile sogar wieder welche craften. Das ist eine Einheiten? Nein. Fort Ovirbus, Osttour. What the fuck? What the fuck is this city? Das ist eine richtige Stadt? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Opa Thea. Das ist eine ganze Stadt? Rastpunkt zum steppenden No-Porn. Aber die Tür ist zu. Ich bin in den steppenden No-Porn. What the fuck? Tausend Orte. Wieso ist er hier stehen geblieben? Ich glaube, es bringt nichts hier rumzulaufen, bevor ich die Quest gemacht habe. Ich glaube, da öffnen sich gleich 80 Türen. Und trotzdem... Will ich gerade die ganzen Orte entdecken. In der Hoffnung, dass sich die Map schnell aufdeckt. Ah, warte mal. Da, wo das Fragezeichen drin ist, ist die Raststätte zum steppenden No-Porn, oder? Da kam ich eh nicht rein. Und das ist die Seite vom Tor, wo ich schon mal... Also auf der anderen Seite war ich ja schon. So, dann gehe ich hier wieder zurück. Jetzt hier lang. In meinen Tod will ich nicht aufpassen. Sag mal bitte nicht, ich komme da nicht hoch von der Seite. Oh, willst du mich napsen? Äh, aber in den... In den steppenden No-Porn konnte ich nicht rein. Die Tür da? Nee. Ja. Hier ist keine Tür! Offen, zumindest. Muss ich doch hochklettern? Kann da irgendwie von oben drauf, oder was? Warte mal. Ach, an... An Leitern kann man das Menü nicht öffnen. Warum nicht? Suche genannte Ziele Schloss Haupttor. Ach, da soll ich hin. Okay. Man, ich dachte beim steppenden No-Porn wär was. Oder jetzt schon was. Aber anscheinend erst, wenn ich die Main-Quest gemacht habe. Also... Da hinten hingehe. Ja, okay. Erklärt auch, warum ich da hin soll. Da ist doch das Schloss. Okay. Hat's nicht gelohnt. Oh nein! Ich würd sterben. Doch nicht. Alles klar. Saved. Saved. Easy. Kein Problem. Nenn mich Xenoblade-Profi. Alles cool. Jetzt hätt ich sterben müssen. Das wär so Karma gewesen. Wir laufen zum Haupttor und vorher zu dieser Kiste da. Ja. I hope we can make use of this. This should be auseful later. We should take good care of that. Huh. Irgendeiner von meinen Leuten macht hier komische Geräusche. Ähm. Überlege ich gerade vorher nochmal sowas abzugeben hier. Weil wir es können. Kolonie 0 würde nämlich Stuff... Ach nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht mit Münzen. Ah, wie dumm. Ich glaube, sonst gibt es keine Ausrüstung mehr für mich. Boah, es hat einfach richtig viele Punkte für Kolonie 0 gegeben. What the fuck? Lauf ich jetzt schneller? Hat Kolonie 0 mir ein... Geschwindigkeitsboost gegeben? Glaubt nicht. Ich glaube, das bilde ich mir ein. Oh, das sieht ja einladend aus. Kolonie 0. Ah ne, dann hält Essen länger. Okay. Dann bilde ich mir das mal ein. Das ist ja noch einl specifically, ich weiß. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich bin ganz glücklich, dass du ein Offseer ist. Ich weiß es. Danke schön, ich bin sehr glücklich undcribbar dir. Gehen, raus. Däuft's. Ich bin auf der Runde. Ich bin in der Runde. Gehe dein Zeit. Ich will, dass du hier kommst. und greifen die mich nicht an weil ich überlevelt bin hat chris sich wahrscheinlich anders vorgestellt ich erinnere mich ein kurze Zeit später habe ich in zu werden Ich bin ein Offseer. Und dann... Wir haben uns wieder getroffen. Der Name ist Noah, richtig? Ich bin Chris. Ich beginne heute, werde ich dein persönlicher Cheater sein, ok? All right, let's begin. Ich bin jetzt mal gespannt, was der für eine Story hat, dass der jetzt wieder da ist. Hey, Chris. Tell me something. Back then, on that day, why did you look so sad? Which day? The day of homecoming. In Colony 14. Ah, I see. So that's how I look to you then. The others looked so happy. And the soldier, he was so pleased about it. But not you. I think he probably felt content. Content? He had lived through it all. Fought hard. And in serving his colony, he found purpose. I find it's quite a tragic thing. But why? I mean, it was time for him to return home. What do you think that entails? Huh? Reaching your life's expiry date. Surviving through so many battles. Well, I... Do you honestly believe he was happy to disappear for such trivial reasons? That his smile belied no doubt? To me, he looked ready to cry. Huh. Being unable to choose his end. Merely accepting what comes next. Chris. There's no joy in a contrived death, Loa. Contrived death, huh? At this point, I get him. Kind of, at least. On that day, he shook my belief. Was I really content? Content with the path I'd chosen to follow? And then he chose for himself. His end would be by his design. I need to know. What was he thinking back then? And why now? Why has he appeared before me? No. We wait. No. We wait. Chris? Chris? Those mobius snuffers can really do one. Wieviele orte? Willst du in einen geraden Gang packen? Ja. Hätte mich nicht gewundert, wenn hier auch ein Ort aufgedeckt worden wäre. Das ist ein viel zu epischer Auftritt, Auftakt bei Chris. Was passiert jetzt hier? Ach, die Scheiße. Oh, wait. Hä, ist das der Durchgang, wo wir reingekommen sind damals? Das ist der, ne? Also, wie beim anderen Schloss. Ist das hier das gleiche Schloss? Ich weiß es gerade gar nicht. Ne, ist das gleiche. Ich speichere mal. Oh, Chris ist Möbius. Hm, das erklärt einiges. Chris. Ohr, 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 ohr. Ohr, ohr. What a terrible din. Only an imitation. Its empty words could never ring true. Let me hear it, Noah. I want a true melody. Wow. Oh, der macht gut der Match. Zumindest Uni kassiert wird, richtig. Warum auch immer. Ich sollte Mio und Lance kassieren. Nice. Come, werfen da mal einer um, bitte. Okay. God. Overlayer. Was ist das? ach schwank doch das leben wäre so viel einfacher wenn ihr öfter schwanken würde ja ich werde wieder aufstehen Dann fängt er die Lucky 7 raus. Dann kann ich das mal mit einer Angriffskette testen, ob das Auswirkungen hat. So, Lucky 7. Wenn wir das jetzt aktivieren, kriege ich mit Noah, kriege ich dann einen coolen Stuff? Kriege ich dann jetzt mit Noah die Lucky 7 Sachen? Ja. Okay. 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 Fläche schleudern, schmettern. So, wieso schleudert der denn bei... Ah, er ist in Ohmacht. Ich glaub, bei Umwerfen würde Schleudern noch gehen, ne? Das ist sad. Ah, das war nur ein Angriff, war nicht so gut. Aber das macht gut, Damage. Lucky Seven lohnt schon. Das lohnt sich schon sehr. Das lohnt sich. Das lohnt sich schon. Wie gesagt, dazu macht die ja gar keinen Damage. Es ist egal, wie ich benutze. Ich lande bei 100. Wow. Oh, warte mal. 150 Prozent. Komme ich dann auf mehr als 200 Prozent? Wait, das muss ich jetzt ausprobieren. Hey. Okay, exzellent ist das höchste. Warum, Chris? Warum werden Mobius? Tell me, was würde dich ausprobieren mit ihnen? So ich kann dich wiedersehen, Noah. Aber warum? Ihre Wunschung ist zu ändern diese Welt, ist es nicht? Ja. Und ist das, weil du nicht glücklich mit dem, wie es ist? Es ist falsch, und wir müssen es korrigieren. Das ist alles. Ich verstehe. Okay. So, relentless desire is what drives you. Desire? You fight for betterment. Forever greater aspirations. Und was ist wrong mit dem? Nothing at all. Es ist Das ist die menschliche Natur, nach allem. Aber du wirst noch nicht verstehen. Es ist etwas, das du musst lernen. Was ist das? Dass du mit einer anderen Seite bist. Was bedeutet das? Verstehst du nicht? Nur die starken können sich auf den hervorragenden Horizont suchen. Deine Worte müssen durch die Strecke in gleiche Weise sein. Logik der Winner. Aber die Worte! Was können sie vielleicht wissen, wie ein Worms fühlt? Dann... Was würden Sie von der Wege geworden sind? Sie würden sie abandone? Sie würden sie alles aufzuhören? Und ihre Geschichte dort? Mobius sind diejenigen, die das tun. Noah... Was Sie versuchen hier zu erreichen, ist das gleiche Sache. Sie denken wirklich, dass die Worte von Origen die Welt wiederholfen und lösen alle unsere Probleme? Sie müssen sicherlich von der Queen Agnes hören, die Wahrheit dieser Welt. So, was denn? Sie sagen, dass die Worte lieben? Nein, sicherlich nicht. Dann was? Aber es gibt keine Worte. Die Worte. Wenn... Wenn... Wenn die Worte falsch ist und der Welt nicht neu ist, was passiert dann? Was passiert dann? Was? Was, wenn das ein Geist von Fähigkeiten ist? Was, wenn du in die Worte genommen hast, stakiert deine Leben auf eine Worte? Wer ist in die Worte? Ich frage dich das. Um... Well, ich... Ich denke... Es ist immer das richtige Sache zu tun. Oh? Es war dein Worte, Chris. Ich verstehe jetzt. Ich verstehe jetzt. Ich verstehe, warum du dannst du schreitst. Ich bin gut hier. Ich verstehe jetzt, was du sagst. Du fragst mich mal, ob ich mich weitergehen würde. Und meine Antwort... Sag mir, Noah. Ich verstehe. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Ich verstehe, dass ich dann dauelehhhh였ende Moment. Hinweis. Als diese Zeitung angeht, gehe ich zurück. Ich möchte, wenn ich zurück und schreitere. Ich denke, dann werde ich... Dann werde ich... ... gut. Und wenn ich zum Schluss aus schreitere, wir, alle müssen, wo wir unsere Leben beenthalten in den nächsten Jahren. Für unsere Zukunft. Und zwar... Lack der Wahl ist genug, um eine Person zu verbrechen. Sie kämpeln, kämpeln, schluggen ihre Weg durch eine Endlosung. Ein Welt ohne Wahl? Das ist falsch. Wenn die Todes ein Lied in diesem Welt, dann ist es zu Ende. Also, du lieber mit dem Weltkrieg zu sterben. Ich will nur... Ich will nur diese Welt frei von Mobius. Whatever die Konsequenzen... Ja. Insofern... Die König nie hat uns gesagt, was sie getan hat. Wir nehmen alles, wie es kommt. Und wir haben es so klein. Aber trotzdem... Es ist egal, wie breit eine Chance wir haben, es ist eine Chance. Also, wenn wir das eine Option, können wir nehmen. Dann werde ich nehmen. Noah. Die Melodie. Ich höre ihn laut und klar. Jetzt zeigen sie mir. Die Verkaufung. Und die Schmerzen. die Tur Pegu ist ja groß. Wow. Er verwandelt sich nicht, er nimmt einfach den Roboter. Okay, das ist schon ein Riesenunterschied Ob ich hinter ihm stehe oder nicht 8000 Sammage zu 4000 Sammage ist schon Ein kleiner Unterschied Das ist schon ein Riesenunterschied Die Angriffe von der, wie gesagt, die Mio Version, die braucht viel zu lange für die Angriffe Da kriegst du gerade so zwei Ultis raus Oh nein, schwanken ist nicht Doch, schmettern ist wer die So So Das war's für heute. Oh, schwankt doch einfach ganz oft. Ich muss mich halt wirklich, glaube ich, seitlich hinstellen. Ich glaube, das zählt wirklich doppelt. Du kannst umwerfen, schwanken, auch in einem Angriff durchziehen. Ich vermute, das Schwanken dann auch einfach doppelt zählt. Dass es einfach nacheinander abgefragt wird. Das ist ziemlich wahrscheinlich so. Ich muss dich, Mia. Aber ich habe immer wieder gebt. Ich bin der Fall. Ich hatte sie ja, aber sie werden nicht mehr. Ich habe zu machen. Ich bin der Fall. Ich habe dich da. Ich bin der Fall. Ja, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Es ist Ihr Schading. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. dass man mit den zweimal kämpfen muss einmal hp schwamm sein reicht nicht ich habe ihn mit lucky 7 ablaki 7 gibt es schon da ich muss mich folgen stellen für den von talen Das war's für heute. Lucky Seven Finisher, nice. It's a beautiful song, Noah. Noah, the one who made me Mobius, was Zed. And it wasn't just me. J2, and N, and M. All of us were human once, and Zed changed our very being. Why? Why would he do that to you? For that, you'd be best off asking Zed himself. But listen, Noah, I think in the end, I was happy to have become Mobius. How could I not be, after hearing such a wonderful song? Chris, Mobius are an entity bound by the confines of this world. Strong, yet somehow fragile. And in their fragility, they crave only the now. Fearing to tread even a single step towards the future. But Consul Y tut doch was für die Zukunft, der, also wollte er. To learn exactly what it was that connected them. Though we may be forgotten, our feelings live on. It is through our melodies that we carry them on. I think I once told you something to that effect. Yeah. There's a place doing just that. The city. The city is. The many lives born of the city. Lives whose existence was never recorded in origin. They are our future. They themselves are proof of the coming winds of change. I think, I see. They are... Our hope. Just as you once were. They too are the product of Uroboros' will. And that is something that can never die. Chris. You knew everything all along. Noah, one last thing. Noah, one last thing. Noah, one last thing. No one last thing. It's good to see. IS it done? No. Is it done? Untertitelung des ZDF, 2020 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 fodder sensibil sprinkle сним сним untertitelung des ZDF, 2020 untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, man wartet schon ganz ungeduldig. Motor ist längst fix und fertig eingebaut. Herzlichen Glückwunsch. So, Anleitung, Spezialfunktion an Bord. Lens ungeduldig. Das Zeug, was sie reden, kapieren wir eh nicht. Ideale Route rausgesucht. Danke. Nice. Drücke während der Fahrt auf L, um mit dem Hochgeschwindigkeitsmodus zu wechseln. Das kann schneller fahren. Das gefällt mir schon mal. So, warte mal. Ich habe hier vorhin irgendwo... Ach, warte. Wir sind jetzt wieder im anderen Dock. Wait a minute. Someone. Radar zeigt Mini-Lichtlein. Okay, er will nochmal, dass wir eins holen. Kein Ding. Oftmals handelt es sich bei den Fragmenten, die du gefunden hast, um Ursprungsfragmente. Die jeweiligen Fragmente wurden zu Ursprungs... Ach so! Die Dinger, die krass auf dem Map leuchten, sind Ursprungsfragmente. Und jetzt ergeben die Dinger Sinn. Die da! Flüsse zum Geheimlager? Wait. What? Someone. Wo ist das Geheimlager? Geheimlager? Geheimlager. Okay, ich speichere einmal vor Safety. Einmal einen neuen Safe machen. Falls, wenn ich jetzt ins Schiff steige, komische Sachen passieren. turbo ein geil so viel besser wie gut da ist der vortex oh der bleibt sogar an warum sollte ich den jemals ausmachen aber damit kann ich auf stream schön die map hier aufdecken will ich gucken das spiel wird mir bescheid sagen wenn ich nicht zurück kann alle bereit für große fahrt ok das machen wir nächsten stream heute gesamte karte kunden ja kein bock aber das wird das finale sein das machen wir nächsten stream das geht locker auch noch mal bestimmt noch mal fünf sechs stunden aber wir haben das ende in sich chat es muss ja das ende sein wir fallen zu z rein also zum obermacher also das muss ja das ende sein hälfte vom game haben war kann auch sein aber in meinen augen ist das ziemlich finalig das ist gut ich überlege auch schon eigentlich habe ich morgen erst stream frei aber falls der unwahrscheinliche fall eintritt dass nintendo mir bayonetta schickt ich habe bei nintendo angefragt wegen bayonetta ich stehe auf der liste für bayonetta das problem ist nintendo schickt mir in letzter zeit nie codes sondern die retail version ich finde retail version cool ich habe die gerne manche leute haben eher digitale version ich habe eigentlich bei konsolen immer noch gerne die retail version das ding bei nintendo retail versionen auf releases auf den freitag ist dass die nie pünktlich bei mir ankommen wenn ich pech habe kommt bayonetta erst montag wenn überhaupt ich werde morgen versuchen früh direkt nachzufragen ob die überhaupt eins rausgeschickt haben wenn nicht weiß ich bescheid dann muss ich mir bayonetta kaufen wenn ich mir bayonetta wenn ich morgen schon weiß dass ich mir bayonetta kaufen muss werde ich morgen wahrscheinlich bayonetta streamen einfach um den release mitzunehmen samstag wieviel uhr war samstag denn ist ich habe samstag nicht vergessen mittag ach du scheiße dennis ich habe nicht gelesen dass du es mittags machen willst mittags nur ja früh aufstehen ich bereue meine entscheidung gerade was ist mittags was heißt das definiere mir mittags wo war mein schiff scheiße 13 uhr da schlag ich noch muss meinen rechner ans bett stellen da will ich hin da muss ich hin wie komme ich da hin ähm ne krieg ich hin hoffe ich vielleicht stehe ich dann mal früher auf ok 13 uhr und wie lange wolltet ihr das machen wie lange wolltet ihr euch im overwatch dankensteins rache quälen open end das ding ist dankensteins rache sehe ich nicht bei mehr als zwei stunden bin ich ehrlich kann sein dass ich nach zwei stunden sage ich geh jetzt den obel stream oder bad rabbits ich hoffe das ist okay zwei drei stunden je nachdem weil ich will 10 uhr bleibt jetzt echt schnell durch haben weil ich jetzt das ende sehe nicht weil ich kacke finde sondern weil ich jetzt das ende sehe und ich weiß dass morgen bayonetta kommt und anfang november kommt god of war dann will ich wenigstens ein brecher titel weg haben was heißt ein brecher titel den brecher titel und dark souls muss ich eigentlich auch noch beenden eben god of war wird mega nice und das muss ich ich gucke auch schon jeden tag immer auf dem sony presse seite ob man das jetzt anfordern kann aber es ging doch nicht ich will auf diese insel ist das hier der weg es kommt god of war bayonetta was kam noch pokémon kommt ende november und bis dahin möchte ich bayonetta und god of war gerne durch haben da müssen wir doch noch pokémon machen können hätte irgendwo eine liste ich werde geschmeckt dafür der aufwand dafür der aufwand für diese komische kleine insel hier da ist eins interaktion warum sorry also ja also ab morgen wird wild schon wieder wenn bayonetta dazukommt bayonetta games sind eigentlich nie so lang bayonetta games sage ich maximal drei stream drei streams schätze ich mal also maximal drei streams ist ein bayonetta game also bayonetta geht nicht lang oh das ist eine elite god of war weiß nicht wie viele streams die pc version haben wir ja nur so schnell durchgespielt weil ich nicht 100 prozent gemacht habe wie viele streams war god of war pc version nehmen wir da das doppelte ah also ich finde ich пап spoon unseren der das wird das ist ich glaube ich habe ich glaube ich habe und ich habe da ist andere so ich habe die ich habe den das wird hochgeladen. Die God of War Streams. Sind die da? Kann man das nachgucken, wie viele God of War Streams das waren? 6 Streams, 28 Stunden. Dann nehmen wir das Doppelte für das neue God of War. Locker. Weil beim neuen God of War will ich ja wieder 100% machen. Außer es ist nervig. Aber ich glaube nicht, dass es nervig ist. Das wird wieder sein. Irgendwas ähnliches wie die Valkyren. Und irgendwas ähnliches wie die Raben. Und hier und da ein paar Nebenquests. Die sind auch in der Twitch Collection. Okay. Ich habe übrigens Content-ID-Strikes bei YouTube. Nicht Content-ID, Community-Strikes auf YouTube bekommen. Weil ich auf meinem VOD-Channel und auf meinem Tech-Channel den Nitrado-Link drin habe, den ich auf meinem Hauptkanal auch drin habe. Das wäre Scam und Betrügerei. Dieser Linke wurde ausgeblendet und hat mir einen Strike geschafft. Bei jeweils immer einem Video von dem Kanal. Zum Glück nur einem. Wenn die mehrere Videos gestrikt hätten, wäre der Kanal-Rip. Jetzt frage ich mich. Haben die diesen Strike bekommen, weil die beiden Kanäle nicht in meinem YouTube-Netzwerk sind? Und da der Nitrado-Link reingerutscht ist? Es ist so. Es ist der Nitrado-Link geclaimt worden als Community-Strike mit Scam und Betrug. Nitrado. Die beiden Kanäle sind aber nicht im YouTube-Netzwerk. Und es hat immer nur ein Video erwischt. Also habe ich dann den Link einfach aus allen Videos entfernt. Ist ja kein Ding. Kann man bei YouTube einfach machen. Alle Videos markieren und dann sagen, entferne diese Zeile aus der Beschreibung. Easy. Instant gemacht. Und dann habe ich der Partner-Manager schon erstmal geschrieben, äh, yo, äh, meine Channels, die nicht im Netzwerk sind, haben gerade wegen dem Nitrado-Link, den wir da reinpacken sollen, weil ich bin ja, ich habe ja einen Nitrado-Server, den ich nicht benutze. Psst. Ähm. Habe ich einen Community-Strike gekriegt? Wenn das jetzt, wenn ich, wenn mir das jetzt auf dem Hauptkanal passieren kann, wo über 10.000 Videos drauf sind und sehr viele Videos diesen Linker würde ich den gerne entfernen und mich da drin lassen. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum sollte bei dem, also, warum sollte ein Nitrado-Link, der ja legit ist, das ist ja die Firma Nitrado, da kannst du Server mieten. Das ist legit. Das ist ja kein Bullshit oder so. Du kannst das Server mieten einfach. Warum sollte das Scam und Betrug sein? Und warum sollte das ein Unterschied sein, ob ich gerade mit dem Channel im Alliance-Netzwerk gepartnert bin und das ein Alliance-Tracking-Link ist? Warum sollte das einen Unterschied machen, ob der Kanal im Netzwerk ist oder nicht? Es ist doch trotzdem Werbung für Nitrado. Verstehe es nicht. Das macht halt null Sinn. So, ja, hey, du bist nicht in dem Netzwerk, aber du hast da so einen Link drin. Das ist bestimmt Scam und Betrug. Ja, aber mit dem anderen Kanal bin ich im Netzwerk und da ist der gleiche Link drin. Und da habt ihr nicht gestrikt. Bullshit. Vor allem habe ich die Mail von YouTube heute gesehen und das stand da so drin, als ob die mein Video entfernt hätten. Die haben gesagt, wir haben da eine Inhalte entfernt wegen des Links und ich denke so, ihr habt jetzt nicht ernsthaft diese Videos gelöscht. Haben die nicht gemacht. Aber nein, die haben nicht das Video gelöscht. Die haben, wenn man auf das Video geht, das betroffen war und das aufklappt, steht in der Zeile, wo der Link steht. Also sehe ich, also habe ich gesehen, was da steht. Da steht da einfach Link entfernt. Die können mittlerweile gezielt Links aus Beschreibungen entfernen. Das fand ich krass. Früher hast du wegen Links in der Beschreibung direkt einen kompletten Channel Strike bekommen. Fand ich heftig, dass die das können mittlerweile. Die haben einfach den Link entfernt. Fand ich insane. Finde ich aber gut, dass das geht. Ich wollte nicht aussteigen. Einfach den Link entfernt. Weil ich bin dann auf meinen Channel und ich dachte so, das Video ist ja noch da. Oh nö, die haben nur den Link entfernt. Demnächst entfernen die einzelnen Frames aus den Videos. Trau ich dem da jetzt damit auch noch zu? Da fand ich insane. Warum haben die ja das Design ändern die ja wieder? Das YouTube Design, ne? Die Beschreibung sieht jetzt anders aus. Muss ich mir auch nochmal angucken. Nicht, dass ich da irgendwie was mal ändern muss. Nicht, dass die die Beschreibung jetzt irgendwie komplett kaputt gemacht haben. ich weiß nicht, ob das schon bei jedem ausgerollt ist, aber ich hab das heute schon gesehen, dass das anders aussieht. Steine craften wollte ich noch. Aber erst wollte ich hier gucken, ob ich hier noch Orte aufdecken kann. Und Aether full. Deswegen will ich auch Steine craften, damit ich wieder Aether sammeln kann. Da ist der Absurf, der wird bewacht von Stufe 61 Soldaten. Ja komm, let's go. Die halten ja nichts aus. Der Backstep-Angriff auf normale Einheiten ist echt wild. Wie rum muss ich? Okay. Hier ist noch noch eine Kiste, dann ist das Gebiet auch schon wieder gekleert. Hier sind so lustige Geräusche, die da? Die Tastmaus? Dann können wir noch nach unten, ne? Ey, dieses Gebiet aufdecken wird die Hölle, Mann. Das ist sogar noch schlimmer. Also ich würde callen, dass dieses Gebiet hier schlimmer ist als das in zwei, was aufdecken betrifft, weil, guck, sowas verwinkeltes gab es in zwei nicht. Das ist eine Insel. Und in jeder Ecke kann ein neuer Ort auftauchen. Da hinten die Höhle, die wird auch einen Namen haben. Zum Glück habe ich diese Fähigkeit, wa? Imagine, ich wäre die ganze Zeit vergiftet in dem grünen Wasser oder so oder was auch immer es mir antun würde. Und der Höhle ist bestimmt ein Special Gegner drin. 96! Höhle des Unheils? Ich denke auch, ja. Ah ja, die Gegner sind 20 Level über mehr und die nicht. Was? Uroboros-Kräfte werden hier unterdrückt? Was? Bitte seid nicht auf einmal Level 90. Okay. Warum sind da unten Level 90 Gegner und hier oben 60? Hä? Wo komme ich hier hin? Da hinten ist eine Kiste. ist so weird, dass dieser Roboter darfst du nicht auf dem Dummblock verrutscht? Aber wirklich, nur der unten, der Bereich ist Level 90 bisher. Ging's da noch weiter? Ist das hier ein Geheimpunkt oder so? Wo mehrere Geheimpunkte auf einer Map sind wie oh hübsch. Raseronsen. Ein Onsen? Let's go. Geil. Und Eta. Warum? Da ist noch eine Kiste. Und ich kann hier wieder runterspringen. Das ist gut. Ist das ein Reisepunkt hier? Nee, nicht mal. Aber da unten, die Level 90er Höhle ist ein Reisepunkt. Das ist gut. Warte mal. Können wir ja da runter springen. und da mal weiter gehen. Und am Ende gucken wir in der 90er Höhle mal, ob es da weiter geht. Gott, das ist ganz schön hoch. Scheiße. Das werde ich nicht überleben, oder? Okay, ja, chill, chill, chill. Cool, cool. Jetzt hier runter. Jetzt hier runter. easy. Easy, easy, easy. Okay, hier ist auch Ende. Hallo? Oh nein. Ich hatte kurz Hoffnung, dass die ganze Map jetzt aufgedeckt wurde. Aber da sehe ich, äh, da geht's noch weiter. Oh, ich würde so verrecken jetzt, ne? Okay, keep running. Jetzt habe ich ja, okay. Das ist erst mal kein Problem. Ach du scheiße. Ach du scheiße. Scheiße. Run. 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 Danke. Geht's da hinten weiter? Nee, ne? Aber da auch nicht. Doch. oder? Da rechts? Da geht's weiter. Wuh! Die Waffen haben die gespoilert. Ich habe die Waffen aber zu spät gesehen. Nicht trödeln, nicht bummeln, nicht bummeln. Okay. Okay. Ach du was ist das für eine Höhle. Die wird dem Namen ja aller Ehre. Ich bin so tot. Der piekst einmal. Ich bin down. Heilige Mutter. Nicht bummeln. Einfach weitergehen. Wir sind nur Touristen. auf. Alter, die Höhle hört nicht auf. Ach! Ich war Gegner. Im Wasser bin ich doch langsam. Alter. Alter, so viele rote Zahlen. Geh weg! Wo schwimmst du hier hin? verpiesten. Ach du Scheiße. Das ist die Siegesstraße. So fühlt sich das an, ja? Oh. Oh! Nein. Ne, die Kiste da hinten hole ich nicht. Ich will nur einmal durchlaufen. für coole Reisepro... Level 99. Normal Level 99 Gegner, Alter. Ich habe schon Level 100 Elite gesehen, aber Level 98, 99 normal ist neu. Lauf einfach weiter. ist das na... Was ist das denn für ein Schlachtfeld da in der Mitte? Ach du Scheiße, ich bin so tot. One hit. Was? Oh, ich bin hier gespawnt, weil ich den Reisepunkt bekommen habe. Der Cheat. Der Cheat. 102. Ja. Ich glaube, ich glaube es auch. Elite 102. Und 1000 Wege raus. Da ist ein Weg. von Eliten beschützt. Da muss ich irgendwie dran vorbei. Wenn er mich einmal hitet, bin ich down. 11.000 Damage. 11.000 Das ist Endgame. Endgame. Also, da hinten ist ein Gold Elite Level 102. Das ist das Höchste, was ich bisher gesehen habe. Und die Chars können ja nur auf Level 100. Also, alles, was über 100 geht, ist Endgame. Ach, du Scheiße. Ich wollte doch nur die Kiste. Okay, ich habe die Kiste nicht. Nein. Ich wollte doch nur die Kiste holen. Okay, ich glaube, wir haben das Maximum dieser Insel erreicht. Ähm. Ja. Alter, was ein Bereich hier. Und hier ist noch was, ne? Und hier ist auch noch was. Das gehört auch noch dazu, glaube ich. Insane. Das Ding ist, selbst wenn ich Level 100 bin, also diese Höhle wird so oder so scheiße, weil, selbst wenn ich Level 100 bin, greifen die mich hier an. Versteht ihr? Oder du? Du, der noch zuschaut? Selbst wenn ich Level 100 bin, wird mich da drin alles angreifen und abfacken. Also, das ist sowas von ne Endgame-Höhle. Gar kein Bock. Heißt aber auch, dass ich jetzt noch gar nicht alle Orte finden kann. Das fuckt mich ein bisschen ab. Aber wenn wir nächsten Stream das Finale machen, vielleicht grinde ich einfach bis zum nächsten Stream bis Level 100. Wahrscheinlich ist das der Ort, wo man gut leveln kann. Das ist wahrscheinlich der Ort, um die ganzen Helden-Level zu holen und XP zu bekommen. Weil da kriegt man ja immer XP, weil man kann nur Level 100 erreichen. Ich versuche gerade noch rauszufinden, wo noch Inseln sind, wo ich noch nicht war. hier wahrscheinlich. Kriege ich mir einen Marker setzen und ich sehe dann dann? Nee, ne? Ich müsste jetzt eigentlich nur links fahren. das Ding ist, diese Karte ist nämlich zu nah ran gesumt. Das nervt ein bisschen. Die würde ich gerne weiter rauszoomen. jetzt nach links. Hier war ich noch nicht. Okay. Hat sich gelohnt. Wunderbar. Coole Insel. Danke. Danke dafür. Ich habe mir nichts Schöneres vorstellen können. Stufe 84 Elite auch hier am rumschwimmen. Einfach so. Einfach so. Hä? Okay, ich muss noch weiter rumfahren. Richtiges Duftkraut, ja. Das müsste die Insel sein, ne? Aber hier bin ich schon mal lang gefahren. Ja, komm, nehmen wir mit. Aether nehmen wir mit. Für Ino. Das sind ja auch keine Gegner hier. Damit können wir Ino schon mal gut leveln, wenn es irgendwann soweit ist. Das heißt gut leveln. Das reicht für zwei oder drei Punkte. Hier war ich auch schon. Aber da ist eine Tür. Aber das wird nicht als Tür angezeigt. Was ist das hier für ein Hack? Hallo? Aber hier war ich schon mal, glaube ich. Ich erinnere mich an diesen Stufe 75 Gegner. Also ja, ich war hier schon mal auf dieser Insel, aber... Okay. Dann gehen wir jetzt in die Death Room. Warte, wo bin ich? Ne, die muss irgendwann aufgehen. Wenn die aufgeht, kommst du hier irgendwo... Irgendwas ist hier drin. Irgendwas ist da. Obwohl, muss nicht. Kann auch einfach ein Troll sein. So, können wir leveln? Jawohl, ja. Geil. Sogar fast zweimal leveln. Dann, Juwelen schmieden. Jetzt geht's ab. Wahrscheinlich kann ich keinen einzigen schmieden. Doch, den kann ich. Ah, kann ich den nächsten? Ja. Dann schmied ich den direkt an Skippenball. Ja, den nächsten kann ich noch nicht. Dann können wir den schmieden. Kann ich den auch? Nein. Oh, ich kann einen skippen. Für 55 Gold. Ich könnte direkt einen 10er. Warte mal. Erhöht Angriffskraft um 60. Erhöht Angriffskraft um 70. Den kann ich jetzt einfach so cheaten. Geil. Jetzt haben wir den krassen Angriffskraftstein ready. Hier, da von da einen hab ich. Okay. Wait. Ich hab hier 3 gecraftet. Ich kann 4 nicht. Ich kann 5 nicht. Ich kann aber 6. Okay. Einfach mal 3 skippen hier. Äh, 2 skippen. Gut. mal wieder ein paar Steine geupdatet. Speichern. Ne, warte. Ausrüstung checken. Stahlspalter X hat er nämlich drin. Das heißt, Noah macht jetzt einen Arsch voll mehr Damage. So. Geil. Das speichern wir jetzt und dann machen wir für heute Feierabend. Acht Stunden sollen aber auch reichen, oder? Kurzer Stream heute. 66 Stunden spielen wir schon. Kurzer Stream.